Rückwärts über den Jakobsweg von Jonas Schütte Über die Liebe zu Menschen und den Abschied von einer Mutter Für meine Mutter, für solche, die jemanden verloren haben, für solche, die das Leben lieben. Es ist mein 26. Geburtstag, der 7. Juli und ich bin bei meiner Tante. Ich sage zu ihr, dass ich mal los muss, irgendwie unterwegs sein, laufen, den Tod meiner Mutter verarbeiten. Die wollte doch den Jakobsweg immer mal machen. Das mache ich jetzt. Weiß nicht warum. Los! Am nächsten Morgen fährt mich meine Tante zur Autobahnauffahrt vor Lausanne. Sie sagt, dass sie in einer Stunde nochmal hier vorbeifährt, falls mich niemand mitnimmt. Zehn Minuten später sitze ich in einem roten Sportwagen mit einem Portugiesen, der sich mit mir und meinem gebrochenen Highschool-Spanisch aus dem Auslandsjahr in den USA unterhält. Fünf weitere Anhalterbekanntschaften später bin ich in Toulouse. Es ist jetzt sechs Uhr abends und ich nehme den Zug nach Bayonne, kurz vor Saint-Jean-Piedeport. Als ich dort in den französischen Nationalfeiertag stolpere und auf einem großen Platz vor dem Bahnhof eine Live-Band Are You Gonna Go My Way spielt, bin ich endgültig mit einer bestimmten Frage beschäftigt. Was mache ich hier eigentlich? Ich gehe in ein völlig überteuertes Hotel mit dem letzten freien Bett von Bayonne und lege mich hin. Das hier ist noch nicht das, was man im Sinne der Pilger einfaches Leben nennt. Es gibt drei Handtücher, Fernseher und dieses schöne Schild mit Please Do Not Disturb, womit man endgültig seine Ruhe hat, sogar vor Putzkräften. Nach unruhigem Schlaf zwänge ich mit Mühe ein Frühstück in meinen appetitlosen Magen, packe mir noch lustlos ein Ciabatta ein und gehe die 60 Meter bis zum Bahnhof. Die vielen anderen Pilger, die ebenfalls am Bahnhof auf den ersten Zug Richtung Saint-Jean-Piedeport warten, lächeln sich zustimmend an. Einfach jeder hier am Bahnhof hat einen Rucksack zu seinen Füßen oder auf dem Rücken. Der Zug kommt erst in 20 Minuten, also überlege ich, mir in der naheliegenden Kirche meinen Pilgerausweis zu besorgen. Ich betrete die Kirche und stelle fest, dass hier um diese Zeit niemand anzutreffen ist. Bis auf den schlaffen Jesuskörper am Ende des Schiffs ist es leer. Ich blicke mir diesen Kerl mal etwas genauer an und bin, wie eigentlich fast immer, befremdet von dieser Leidsdarstellung. Ich verstehe nicht, warum der Tote zu einem so großen Symbol geworden ist. Das Leid als ständige Begleitung und Mahnung an das, was man so alles falsch macht in der Welt. Dennoch verstehe ich natürlich den Drang, sich von seinem Gewissen zu reinigen, besonders dann, wenn man viel Dreck am Stecken hat. Ich verlasse die Kirche ohne Pilgerausweis und steige in den Zug. Inmitten der vielen angehenden Pilger steht eine riesige Kiste, die von zwei Blaumännern bewacht und schließlich kurz vor Saint-Jean aus dem Zug gehoben wird. Seltsam außerirdisch wirken sie zwischen all den Pilgern. Guck mal, die Kiste ist ja riesig, ruft eine junge Frau neben mir. Französisch Anweisungen hin und her rufend verlassen die beiden Blaumänner ohne eine Antwort den Zug. Dann ist der Anfang erreicht. Saint-Jean-Pied-de-Porch. Pilgerort über viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Im Pilgerbüro bekomme ich alles, was ich brauche. Also Pilgerausweis und eine kurze Beschreibung des Weges inklusive Höhenunterschiede und Tagesetappenvorschläge bis Santiago. Vor dem Büro gibt es einen Laden, wo ich mir Stab und Hut besorge und dann gehe ich den Berg hinauf, durch Häuser, an einer Burg vorbei, auf einen Weg, der aus der Stadt führt und sehe niemanden mehr. Auch keinen Pfeil oder andere Wegweiser. Ich gehe auf einen Herren zu, der vor seinem Haus steht und bei meinem Anblick schon antwortbereit und kopfschüttelnd auf mich zukommt. Ich muss meine Frage gar nicht aussprechen, denn er kommt mir zuvor. Santiago? Ich nicke. Er grinst, hebt seinen Arm und streckt den Zeigefinger in Richtung des Horizontes, der sich hinter mir befindet. Ah ja, nein, das lasse ich jetzt nicht als Dämpfer gelten, sowas passiert. Ich irre wieder zurück in die Stadt, wieder an der Burg vorbei, frage deutsche Touristen, die noch nie vom Jakobsweg gehört haben. Wir sind hier nur zu Besuch. Und lande schließlich eine Stunde später wieder im Pilgerbüro. Die freundliche Dame, die mir schon zuvor empfahl, bis Rontas Valles nicht zu gemütlich zu gehen, weil es schon halb elf war, ist jetzt, wo es halb zwölf ist, beinahe schon hysterisch. What are you doing here still? I think I took a wrong turn. Which way did you go? Up the hill? Oh, no, down the hill, to the right. Then straight and down there you will see the first arrows. Follow them and if you want to reach Rontas Valles today, go now. Okay, thank you. Das war also mein Start in den Jakobsweg. Erstmal in die falsche Richtung. Vor der Tür kommt gleich die nächste Überraschung. Eine leicht aufgelöste ältere Dame fragt mich, ob sie wohl ein Foto von mir machen könne. Etwas irritiert stimme ich zu. Sie deutet meine Irritation richtig und erklärt mir, dass ihr Sohn gerade losgelaufen sei und sie ihm nicht zeigen wolle, wie schwierig das für sie war. Deswegen wolle sie lieber ein Foto von einem Pilger statt von ihrem Sohn, damit der nicht denkt, sie wäre zu emotional. Ich bin kurz sprachlos. Und biete ihr dann den zuversichtlichsten Blick, den ich in mir auf die nächsten 900 Kilometer finden kann. Die erste Begegnung mit Heldentum. Schon vor meinem ersten Schritt in die richtige Richtung. Ich versichere ihr nochmal, dass ihr Sohn das schon schafft, wenn er so eine starke Mutter gehabt hat. Zu meiner eigenen Überraschung meine ich das sehr ernst. Aber das war vielleicht eins zu viel. Die Tränen schießen ihr in die Augen und sie umarmt mich so fest, dass ich den Eindruck habe, meine Schultergurte quetschen ihr die Nase ab. Aber sie kommt wohlbehalten wieder von meiner Schulter zurück und wünscht mir von ganzem Herzen alles Gute. Überlegt kurz und sagt dann richtig Buen Camino. Ich gehe, wie angewiesen, den Berg runter, über eine Jakobsmuschel, die in den Boden eingelassen ist, und sehe vor mir ein Gebirge, von dem ich annehme, dass ich da heute drüber laufen muss. Ein tiefer Seufzer entfährt mir und voller Elan und Vorfreude beginne ich den Aufstieg. Nach ungefähr 20 Minuten drehe ich mich das erste Mal um. Ich sehe Saint-Jean als kleines Dörfchen hinter Hügeln und Bäumen verschwinden. Ein junger Mann sitzt auf einer Bank und schreibt betont melancholisch in ein Tagebuch. Etwas weiter treffe ich auf zwei Französinnen, die eine Pause machen, nach dieser ersten halben Stunde. Noch weiter einen Schweizer, der vor einer Hütte darauf wartet, einen Kaffee zu bekommen, was ihm seit einer halben Stunde nicht möglich sei, weil hier niemand wäre, der bedient, beschwert er sich. Gerade als er das ausspricht, knarzt die Tür und eine unschuldige ältere Dame überquert langsam die Veranda. Der Kerl springt auf und fragt, ob er wohl einen Kaffee bekommen könnte. Die mürrische Dame bleibt kurz stehen, mustert den Pilger, dreht wieder um und läuft zurück in ihr Stübchen. Ob das wirklich ein Ort war, an dem man Kaffee kaufen kann, weiß ich bis heute nicht. Dann erzählt mir der Herr offensichtlich unabhängig vom Kaffee sehr gesprächig von seiner bisherigen Reise, die irgendwo in Deutschland begann. Zu Fuß. Und dabei betont er, dass diese unglaublichen Anstrengungen für ihn ja kein Problem seien. Ich registriere leicht belustigt, wo er überall Schweißflecken hat. Und er räumt ein, dass er auch schon Probleme mit den Füßen hatte, aber das sei ja alles nicht so schlimm. Ich sage ihm, dass ich jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs sei und bereits sagen würde, dass eine gewisse Anstrengung nicht zu leugnen war. Er bejaht trocken und fügt selbstzufrieden hinzu, dass ich das ja alles noch erfahren werde. Ich bin endgültig verwirrt, verabschiede mich freundlich und gehe weiter. Jetzt will ich doch nochmal nachsehen, wie viele Höhenmeter noch vor mir liegen. 1000, also senkrechte Meter. Aha, 200 habe ich schon. Guck an. Das sollte man nicht zu oft überprüfen. Was mache ich hier nochmal? Nach mir selbst suchen. Wie viele Höhenmeter habe ich denn da schon? Einen. Ah. Und wie viele kommen noch? 3000. Jetzt verstehe ich zumindest, warum der Jesus in der Kirche seinen Kopf hängen lässt. Auf einer Zwischenstation, wo man auch schlafen könnte, sitze ich kurz, lausche einen britisch-amerikanischen Gespräch über Obama und treffe dann eine endgültige Entscheidung. Der eine Höhenmeter-Selbsterkenntnis besteht nämlich aus einer kleinen Lebensweisheit. Weiter geht's. Und das mache ich jetzt auch. Weitergehen. Von hier an bis Roncesvalles gibt es keine Bleibe mehr. Nur Berge. Und ungefähr 100 Meter nach dieser heroischen Entscheidung beginnt das, was man gemeinhin mit dem kurzen Wort Qualen zu beschreiben versucht, aber allein von den Silben her viel zu kurz ist. Ein Muskel, nämlich der im rechten Oberschenkel, beginnt zu glühen und zu stechen. Ich überlege, ob die Sehne vielleicht umspringen muss, aber das Rätseln bringt ja nichts, weil worum es geht, ist ja der Schmerz, der dadurch entsteht. Jeder Schritt, oder genauer gesagt, jedes Heben des rechten Beines verursacht, ja, es stimmt schon, Qualen, da wo der Oberschenkelmuskel in der Hüfte angeklebt zu sein scheint. Allerdings, wie es sich anfühlt, nicht mehr lange. Als ich es nicht mehr aushalte, drehe ich mich um und gehe rückwärts weiter. Beim Rückwärtsgehen muss man das Bein nicht heben, nur den Unterschenkel anwinkeln. Es funktioniert. Der Schmerz bleibt ein unterschwelliges Ziehen und ich bleibe vorerst bei Verstande. Volle drei Kilometer lege ich bergauf rückwärts zurück, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, wobei ich zugeben muss, auf die Idee zu kommen wäre auch selten dämlich. Es gibt allerdings einen Vorteil, nämlich die Aussicht. Die Landschaft verändert sich mit jedem Schritt und bietet immer schönere Ausblicke, die mir sehr helfen, nicht an meinen Oberschenkel zu denken. Ich muss auch nicht zurück, also in diesem speziellen Falle bedeutet das in G-Richtung sehen, weil die Straße aus Teer und relativ schmal ist, also muss ich nur darauf achten, in der Mitte zu bleiben, alles andere wird mich schon sehen. Plötzlich saust mit erheblicher Geschwindigkeit ein Fahrradfahrer an mir vorbei, bleibt mit dem Blick an mir kleben und winkt munterfröhlich zu mir den Berg hinauf. Ich erkenne ein verschmitztes und irgendwie irritiertes Grinsen, das sich rasch entfernt. Da entsteht eine Art Gabelung im Kopf. Kurz könnte ich wütend auf den Kerl sein für seine Raserei, aber dann entfährt mir ein lautes und schallendes Lachen und ich spüre, wie ich mich ein bisschen weniger ernst nehme. Ich glaube, das sieht schon recht ulkig aus, wie da jemand rückwärts den Berg hinaufläuft, ohne ersichtlichen Grund und ohne in G-Richtung zu blicken. So langsam kommt auch von unten, also hinter mir, wobei das ja jetzt vor mir ist, deswegen kann ich das überhaupt beschreiben, weil ich es automatisch sehe, ein weiterer Pilger auf mich zu. Er ist ein wenig schneller, weil er ja vorwärts läuft. Als er so nah ist, dass ich ihm ins Gesicht blicken kann, erkenne ich, dass er eine Frau ist. Mit roten, langen Haaren und auch die guckt irgendwie irritiert, grinsend, aber doch belustigt an mir vorbei. Sie geht zögerlich im selben Tempo wie sonst auch, kommt mir dadurch immer näher und wir passieren uns sozusagen Auge in Auge, ganz langsam. Sie versucht im Vorbeigehen möglichst gerade auszusehen. Die Sträucher am Straßenrand werden für sie plötzlich sehr interessant und ich genieße betont die Landschaft unter uns. Und so, uns ignorierend, läuft sie quälend langsam an meinem Sichtfeld entlang. Eine auflockernde Bemerkung dazu fiel uns beiden nicht ein. Meine Erklärung wäre in meinem Kopf viel zu lang gewesen, um sie in der kurzen Zeit zwischen annehmbarer Hörweite und Passieren des Blickfelds einzuschieben. Nach diesen Erlebnissen aus einem anderen Blickwinkel drehe ich mich wieder um und versuche, den Schmerz in meinem Oberschenkel einfach wegzudenken. Ihn zu ignorieren, so ein Bewusstseinsspiel, kann ich mir eine schöne Situation am Strand vorstellen, obwohl mich dieser Schmerz in den Moment zwingt. Aber er bleibt, oder ich bleibe. Es funktioniert nicht, also lasse ich es bleiben und akzeptiere eine Weile, dass ich zwischendurch fast nicht atmen kann vor Schmerz. Ich komme über eine Hochebene, wo die Kühe und Pferde, die sich da auf den ungezäunten Wiesen laben, mich mit einem Blick ansehen, den man entweder als Langeweile abtun oder mit schon wieder so ein irrer Pilger interpretieren kann. Vielleicht ist das aber auch Projektion, denn die Frage, was ich hier eigentlich tue, außer mir die letzten Reserven aus den Batterien zu saugen, lässt mich ebenso wenig los wie der stetig ansteigende Pfad, der noch so 400 Meter weiter Richtung Weltall führt. Auf einem Hügel steht da plötzlich, mitten im Nirgendwo, ein großer weißer Transporter mit ausgefahrenem Dach am Wegesrand, der herzlich angerichtete Getränke und kleine Knabbereien anbietet. Da es außerdem endlich etwas ebenerdiger zugeht, kommt mir dieser Transporter gelegen wie eine Oase in der Wüste. An der Tür sind sämtliche Länder, aus denen heute Pilger vorbeigekommen sind, festgehalten, mit Strichen dahinter für jede Person, die dieses Land bereits repräsentiert hat. Ein weiterer wird hinter Germany gemacht, der neunte seiner Art. Die junge Frau mit den roten Haaren, die so beklemmt an mir vorbeilief, ist auch da und für sie wird das Land Bratislava hinzugefügt und ein Strich dahinter gesetzt. Eine Banane und einen Orangensaft später laufe ich mit der Bratislavin, die übrigens Susanne heißt, weiter. Der nette Franzose des mitten in der Pampa-Oasen-Transporters beteuerte, es sei nur noch eine kurze letzte Strecke bis zum höchsten Punkt der Überquerung der Pyrenäen. Nach diesem kurzen letzten Stückchen hält mich nur eins davon ab, zurückzulaufen und dem netten Herrn vom Versorgungsländer-Registriertransporter so richtig eine zu verpassen. Man müsste dafür alles nochmal laufen. Und eigentlich auch noch ein zweiter Punkt. Die Aussicht. Ringsherum strahlt mir saftiges Grün in allen Varianten entgegen. Kleine Dörfer und einzelne Häuser durchziehen die Landschaften, hier und da in Strommast und ich kann ganz, ganz klein irgendwo da unten anhand einer Karte erkennen, dass dieser kleine schwarze Punkt Saint-Jean-Pied-de-Port sein muss. Unglaublich weit weg. Jetzt geht es endlich bergab. Mein Oberschenkel kann wieder ein wenig durchatmen. Wobei er jetzt anfängt zu zittern unter der Last, die er abbremsen muss. Warum mache ich das hier nochmal? Ach ja, die Antwort kommt von selbst. Naja, ich bin gespannt. Das hier ist wie früher. Es ist doof. Dieses Wandern, als meine Mutter, mein Bruder und ich Ausflüge durch die Alpen machen wollten. Jetzt tue ich das auch noch freiwillig, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Jetzt nimmt das bergab-Zittern auch noch so viel Konzentration in Anspruch, dass sämtliche Gedanken eine Überlebensdauer von etwa einer halben Sekunde haben. Endlich bin ich an meinem ersten Etappenziel. Eine große Kirche, die zu einer Pilgerstätte ausgebaut wurde. Ich war von der Warnung der Pilgerbetreuerin am Startpunkt so unter Druck, dass ich sechseinhalb Stunden gebraucht habe. Die Rechnung? 1200 Meter hoch, 800 Meter runter, 27 Kilometer Strecke, ein Oberschenkelmuskel, der sich anfühlt, als würde er brennen, Kopfweh und meine Plattfüße schnauzen mich die ganze Nacht über an, was mir eigentlich einfällt. In den kurzen Pausen zwischen dem Plattfußgeschrei setzt wieder der Oberschenkel ein und wenn beide mal zu erschöpft sind, übernimmt ein Knie das Wort. Ich bin kein unsportlicher Mensch, aber das war einfach zu viel und zu plötzlich. Ein Pilger erzählt mir einfühlsam, dass eine Marathonläuferin hier langgelaufen sei, die nach diesem ersten Tag gesagt hat, ich laufe lieber jeden Tag den Marathon als das hier, das ist ja die Hölle. Diesen Satz wiederhole ich gern, denn er gibt meinem Bericht die nötige Maßeinheit. Susanne, die Bratislawin, ist auch angekommen, genau rechtzeitig, um das Abendessen zu verpassen. Es hat eh nicht geschmeckt, sie hatte Glück. Mein Hirn ist völlig leergefegt, der einzige Gedanke, der noch ins Bewusstsein rückt, ist Aua. Ich stelle fest, dass ich jetzt zwei verschiedene Parteien in mir habe, die um ihre Interessen kämpfen. Auf der einen Seite mein Körper, er ruft nach einem heißen Bad, Massagen, Sesshaftigkeit, sagt, lass doch den Scheiß und wozu überhaupt? Auf der anderen Seite mein Wille, den es nach mehr dürstet, der am Anfang steht, der Appetit bekommen hat und Dinge sagt wie, endlich oder weiter. Komischerweise verstehe ich die Motivation meines Willens selber nicht. Irgendeine Lunte hat er gerochen und ich darf's ausbaden. Äh, nein. Diese Metapher ist total unpassend, weil es angenehm klingt. An mir bleibt's hängen. Ich gebe meinem wehleidigen Körper eine Fußmassage oder das, was ich davon so aufgeschnappt habe und er dankt es mir mit etwas, das sich anfühlt wie Glück. Ich schlafe mit 120 Leuten im selben Raum und dem einzigartigen Klang sich ablösender Schnarchgeräusche ein. Das tat sehr gut. Also humple ich zufrieden zum Frühstück, dass es hier im Kloster nicht zu geben scheint, also doch nur duschen, wo mir ungefähr 100 andere Pilger klar machen, wo das Ende der Schlange ist. Also doch nur mal eben kurz aufs Klo. Egal. Ich wollte eh nicht hierher kommen, um sauberer oder besser genährt zu sein. Jürgen und eine Dame aus England, die jetzt in Barthelona lebt, treffe ich im nächsten Dorf beim Frühstücken kurz wieder. Die beiden haben sich gestern kennengelernt und ich die beiden kurz danach beim Essen. Sie war beim Essen etwas gackerig, deswegen unterhielt ich mich lieber mit der Oma rechts neben ihr, die herzzerreißend von ihrer Jugend erzählte und mit wem sie da im Kino war und was sie da so getragen hatte. Jürgen tat seriös und erzählte von seiner viel uninteressanteren Kindheit. Wenn er redet, macht er zwischendurch immer ein langgezogenes Ha, das wie Bestätigung klingt. Seine Sätze enden fast immer auf dieser Äußerung. Ich bin jetzt zwei Wochen auf dem Jakobsweg, Ha. Sie habe ich in Saint-Jean kennengelernt, Ha. Magst du noch ein Wein, Ha? Hier beim Frühstück gibt mir Jürgen eine Salbe für meinen Oberschenkel, die kühlt und Schmerzen lindern soll. Zumindest bilde ich mir ein, dass es danach tatsächlich besser ist. Durch meine erste und einzige Blase, einem Todfeind der Pilger, die ebenfalls am zweiten Tag entsteht, lerne ich zwei Südkoreanerinnen kennen. Jeon und Sonny, deren Nichte. Die beiden kümmern sich rührend um mich, geben mir ihre südkoreanischen Geheimtipps, Vorräte an Pflastern und eine Gelsalbe für die Blase. Alles in einem sehr lustigen englischen Akzent. Ah, that's very painful, yes, ha ha. I have this, put on, please don't go away, ha ha. Die beiden scheinen chronisch gut gelaunt zu sein, aber scheinbar ist das ihre Kultur. Ich bedanke mich ähnlich gut gelaunt. Ein Wesen mit blauem Rucksack, ungefähr Mitte 50, läuft an mir vorbei. Es hat einen braunen Zopf und breite Kieferknochen, allerdings sehr zarte Haut für den Altersfortschritt. Ich traue mich keine Kontaktaufnahme, weil ich das Geschlecht nicht bestimmen kann. Auch Susanne vom ersten Tag läuft mir wieder über den Weg und scheint die zweite Begegnung nicht zu genießen. Dabei haben wir uns am ersten Tag so schön über ihre unglaublich gemütlichen Schuhe unterhalten. Und ein Stückchen von meinem Pausenbrot hat sie auch bekommen. Jetzt guckt sie mich an, als sei ich ein Stalker. Bei unserer nächsten Begegnung laufe ich einfach an ihr vorbei, um nicht wie ein Stalker zu wirken. Danach spricht sie gar nicht mehr mit mir. Um das kurz zu Ende zu bringen, ich sehe sie noch öfter auf dem Weg, wir werden manchmal von denselben Leuten zum Essen eingeladen, aber reden tun wir nicht mehr. Warum, weiß ich auch nicht so richtig. Ein neuseeländisches Paar, die zusammen je drei Tortilla breit strahlend vertilgen, erzählen ganz beiläufig, sie seien bereits auf dem Rückweg von Santiago. Ich frage mich kurz, wie süchtig man sein muss, um das alles wieder zurückzulaufen. Aber dann fällt mir ein, dass da ja wertvolle Informationen in diesen Köpfen stecken, um die zu fragen, es sich lohnt. Take it slow, you'll enjoy it more. And look up while you walk, the view's much better up here. Oh, and stay in the brewery tonight, it's beautiful. Na also. Und der Tipp war richtig. Das sind nämlich nur noch ein paar Kilometer und irgendwann wird der Kampf Wille gegen Körper dann auch anstrengend und man muss dem Körper nachgeben. Wieder läuft der blaue Rucksack ohne Geschlecht an mir vorbei. Zwei Wanderstöcke, spitze Nase, dünner Mund. Also entweder es ist ein eher weiblicher Mann oder es ist eine eher männliche Frau. In einer Pause, die ich an einem Heuballen sitzend verbringe, begegnen mir zwei Landsleute, die Schwaben Tobias und Hannah. Tobias hat eine knallrote Birne vom ersten Tag, als er die Pyrenäen ohne Sonnencreme überquert hat. Mir Schwabe könntet halt alles, gell? Hannah spricht nur, wenn sie gefragt wird und auch dann antwortet manchmal Tobias für sie. Selbst wenn es darum geht, ihren Namen zu nennen. Descht Hannah. Der Jakobsweg war ein Vorschlag von Hannah, als sie wohl mal eine eloquentere Phase hatte und Tobias, als er wohl mal eine spontanere hatte, sagte zu. Wir kommen auf Harpe Kerkeling zu sprechen. Natürlich kennen die beiden sein Buch über den Jakobsweg. Ich erzähle die Geschichte, wo die beiden Schwaben neben Harpe Kerkeling an einem Gästebuch dessen Eintrag lesen und den neben ihnen Stehenden nicht erkennen, als sie sagen, Ah, gucke mal, da hat einer mit Harpe Kerkeling unterschrieben. Ha, der hat Humor. Tobias lacht schallend. Hannah schweigt. Dann schweigen alle. In der Stille zählt Tobias reflexartig alle Biermarken auf, die er als offizieller Meccatzer-Fan kennt. Was viele sind, weil er immer das Bier des Monats zugesandt bekommt. Ah, da gab's auch einmal Sternthaler aus Leipzig. Kennst du's? Ich frage mich, ob der merkt, wie viele Klischees er gerade abräumt und dann frage ich Hannah, ob sie auch Bier mag. Natürlich antwortet Tobias für sie, Neu, dir trink lieber ein Rotwoi. Dann erfahre ich die befreiende Wirkung davon, dass es hier kein Problem zu sein scheint, sich einfach mal auszuklinken. Einfach mal allein gehen zu wollen. Der Wunsch wird sofort und ohne dadurch eine Beleidigung zu vermuten akzeptiert. In einer Pension in Zubriri freue ich mich wie ein Kind über mein eigenes abgeschlossenes Zimmer. Eine Dusche ohne Warteschlange. Nur für mich allein. Ja, ich bin verwöhnt. Ich liege auf dem Bett, drücke wieder an meinen Füßen rum und lache und gluckse vor Freude. Seltsamerweise ist das erotisch, was ich da mache. Also das Massieren, nicht das Glucksen. Zum ersten Mal verstehe ich, dass eine Fußmassage eine Frau gefügig machen kann. Die laufen zwar keine 30 Kilometer am Tag, aber dafür mit hohen Absätzen, das ist bestimmt vergleichbar. Frage an mich. Ist das hier eigentlich vor allem eine innere oder eine äußere Reise? Und mit welchem der beiden komme ich meiner Mutter eigentlich näher? Mein Körper hat bereits seit dem ersten Tag nach der chronischen Horizontalen verlangt. Aber zusammen mit dem Willen ist er doch bis hierher gekommen. Zwar jetzt auch horizontal, aber ein paar Kilometer weiter. Der einzige Unterschied zu meiner Mutter ist wohl, dass dabei der Körper eigentlich gesund ist. Wobei sich das nicht so anfühlt. Auf dem Weg zum nahegelegenen Restaurant laufe ich wegen meines Oberschenkels wieder rückwärts und winke einem vorbeifahrenden Auto zu. Eigentlich müsste es einen Unfall geben, aber es passiert keiner. In diesem Dorf fährt eben auch nur ein Auto pro Minute vorbei. Als ich das Abendessen auf 19 Uhr vorbestelle, wie man das hier so macht, kommt nach mir ein älterer Herr mit verkratzten Waden zur Tür hereingekrochen und zieht sich an der Theke in die Senkrechte. Natürlich male ich mir das nur aus, aber müde sieht er wirklich aus. Er fragt nach Essen, bestellt vor und sagt etwas auf Englisch. Sowohl die Dame als auch ich haben kein Wort vernehmen können. Er lacht und ruft in den Raum, I am just entertaining. Stille. Die Dame hinterm Tresen bricht, sehr gekonnt, das eisige Schweigen und macht, ah, okay. Dann warte ich auf das Essen in einem gemütlichen Vorraum und lerne dort einen Schweizer namens Mark kennen. Da kommt das Wesen mit blauem Rucksack und ohne Geschlecht rein. Mark grüßt es herzlich, als kenne er es schon lang und auch es grüßt Mark wie einen alten Bekannten. Die Stimme ist irgendwie Androgyn. Es ist französischer Herkunft. Und als ich dann den Namen höre, weiß ich mehr. Jean-Claude. Es ist ein Mann. Da das Abendessen jetzt serviert wird, setzen wir uns an einen Tisch und kommen in angeregte Gespräche. Er ist Cyrano de Bergerac-Fan mit romantischer Ader und schreibt, jetzt wo er als Bankier in den Ruhestand gegangen ist, Gedichte. Die Mischung bringt meine bisherige Kategorieordnung für Menschen völlig durcheinander. Was mich zwar stört, weil es heißt, dass ich überhaupt eine hatte, den Menschen vor mir aber sehr sympathisch macht, weil er einer solchen Ordnung zumindest für sein eigenes Leben nicht zu folgen scheint. Dies ist sein viertes Mal auf dem Jakobsweg und langsam sehe ich das Ganze wirklich wie eine Droge. Manche bleiben darauf hängen. Ihn inspiriert der Weg, sagt er. Ich hake nach und er antwortet langsam und stolz, dass er bereits dreieinhalb Gedichte geschrieben hat, auf allen vier Reisen zusammen. Dieses Mal hat er bereits knappe 1000 Kilometer hinter sich und auf dieser Strecke kam leider noch kein Vers heraus, was ja zumindest heißt, dass die anderen drei Reisen erfolgreich gewesen sein müssen. Er spricht so, wie man sich das von den charmanten und eleganten französischen Charmeuren aus den Filmen vorstellt. Da ist er dann doch sehr in seiner Kategorie. Die Mischung aus Klischee-Erfüllung und Ignoranz gegenüber Ordnungen macht mir Freude. Er kennt außerdem viele nützliche Tipps, wie zum Beispiel, dass das Essen direkt nach den Pyrenäen furchtbar sei. So im Nachhinein ist der Tipp richtig. Unbrauchbar, aber richtig. Marc, der Schweizer, ist ein Where-the-hell-is-mad-Typ. Ein paar Tage locker gewachsener Bart, Brille, krause kurze Haare und gut genährt bis leicht aufgequollen. Er hat allerdings bereits Gewicht verloren, wie er beteuert. Durch seinen langen Weg aus der Schweiz zu Fuß bis hierher hat er schon etwas besser Französisch drauf als ich, was wiederum die einzige Sprache ist, die Jean-Claude beherrscht. Wir klappern noch die Themen Schauspielerei, Schreiben, Poesie, Theater, Harpe Kerkeling, Christian Ulmen und Paris im Vergleich zu Berlin ab. Nach jedem Thema bin ich beeindruckt über wie viel man sich unterhalten kann in einer Sprache, die man nur so mittelprächtig spricht. Das führt dann auch mitunter zu kuriosen Erklärungen, wie als wir beschreiben wollen, was Harpe Kerkeling gemacht hat, als er Jean-Claude ist sichtlich entzückt von unserer Unbeirrtheit gegen die Sprachbarriere, hat allerdings keinen Schimmer, wovon wir da reden. Wir haben also gut übersetzt. Jean-Claude liebt Poesie und Kunst, die die Liebe thematisiert, also fast alle. Und er sagt voraus, dass die Liebe so allgegenwärtig sei, dass die vierte Person, also der ältere Herr vom Tresen, der nur entertainen wollte, der zum Abendessen angemeldet, aber noch abwesend war, bald in Begleitung einer Frau auftauchen oder gleich mit ihr wegbleiben würde. Kurz darauf kommen zwei Personen an den Tisch, der Vermisste und eine Dame, die sich noch schnell das Pilgermenü nachbestellt. Nur drei Tage. Und schon lerne ich die seltene Art Menschen kennen, die von etwas überzeugt sind. Für mich besticht außerdem, dass er das alles mit einem Lächeln aufnimmt, das nicht so wirkt, als habe er eine Weisheit fürs Leben gefunden, sondern einfach gerade ein angenehm unlösbares Rätsel für zwei Zuhörer produziert hat. Nach dem Essen setzen wir, also Jean-Claude, Marc und ich, uns in den Garten und ich erzähle den beiden von meiner Tramp-Reise aus der Schweiz bis Toulouse, mache humorvoll die Leute nach, die mich gefahren haben und wir lachen ausgiebig in den Abend hinein. Schließlich, und erst nach überraschend langer Zeit, erzählen wir uns unsere Beweggründe, warum wir das hier nicht einfach bleiben lassen. Alle fassen in Begriffe zusammen. Marc spricht von psychischer Krankheit und dass er die Schweiz eigentlich nur für zwei Wochen verlassen wollte, der Weg ihn dann aber gepackt hat. Jetzt hört er beim Laufen Soul-Musik, damit geht es sich am besten, meint er. Jean-Claude nennt Inspiration und die Sucht und Suche nach dem, was er nur hier finden kann. Die Ungewissheit. Zwei wirklich ernstzunehmende Pilger. Ich möchte jetzt nicht von meiner toten Mutter erzählen und fasse ebenfalls in Begriffe, dass das letzte Jahr nicht leicht für mich war und ich mit dem Weg vieles aufräumen möchte, dass ich das irgendwie machen musste, weil ich was mit mir auszumachen habe. Die beiden verstehen sofort. Immer wieder gibt es hier Pilger, die schnell oder ohne Pausen gehen. Meistens raunt einem dann, sobald jemand überholt hat, ein anderer Pilger ins Ohr. Der hat was mit sich auszumachen. Wieder zurück in meinem luxuriösen Einzelbett mit Wänden und vor sich hin trocknenden Klamotten denke ich darüber nach, ob dieses Gespräch auch stattgefunden hätte, wenn Jean-Claude noch ein Bankier wäre, Marc noch mit Psychose dagesessen und ich mich immer noch in der Beschäftigung mit meiner Mutter eingegraben hätte. Es scheint alles nicht wichtig zu sein, was einen im Leben ausgemacht hat. Besitztümer oder Beruf kleben nicht an mir, sondern an den Augen der anderen. Ist mein Gegenüber neu, kann ich hier abschütteln, wovon ich mal dachte, es macht mich aus. Ich kann jedem, ohne dass mein Beruf, meine Zimmereinrichtung oder mein Auto mitgedacht wird, als der Mensch wahrgenommen werden, der ich bin. Und ich kann anderen ebenso frei von Denkmustern begegnen. Niemand urteilt hier. Ich kann schneller zum Kern vordringen, weil viele Schalen entfernt sind. Ein Paradies für Leute, die versuchen es zu lösen, das geliebte Rätsel Mensch. Bleibt eine Frage. Was ist eigentlich mein Kern? Oder besser, ist das wichtig? Auf dem Weg Richtung Pamplona setzt am nächsten Tag ein lustiger Effekt ein. In meinem Kopf herrscht absolute Leere. So gehe ich also etwa einen halben Tag mit einer etwas dümmlichen Dauergrinse. In Pamplona gibt es eine deutsche Alberge namens Paderborn, geführt von netten älteren deutschen Damen, die mit Orangensaft und Keksen als Willkommensgeschenk ausgerüstet sind. Ja, ist ja gut, ich bleibe hier. Hier treffe ich auf ein Kölner Ehepaar, das auch in Saint-Jean-Pied-de-Port losgelaufen ist. Mit den beiden stehe ich in der Unterkunft und wir suchen an den Hochbetten unbeholfen in unseren Rucksäcken, ohne Recht zu wissen, nach was wir da suchen, wohl eher, um ein Gespräch aufrecht zu erhalten. Dieses war über bisherige Leiden und Freuden. Plötzlich halten wir alle drei Zeit gleich inne. Ich wippe infantil auf meinen Füßen herum. Ich habe keine Schmerzen mehr, entfährt es mir. Auch die Kölner können ein erleichtertes Stöhnen nicht unterdrücken. Und der Mann dreht sich zu seiner Frau, biegt seinen Fuß vor und zurück und ruft laut, Ey, guck mal, kannst du das? Wir glucksen und zeigen uns gegenseitig die Bewegungen, die jetzt wieder möglich sind. Drei Tage hat es gedauert, da verstehe ich, dass man hier hängen bleiben kann. Es ist wie ein Rausch. Dieses Glücksgefühl habe ich mir erarbeitet. Hart und aus eigener Kraft. Ein weiterer Deutscher namens Chris steht verständnislos daneben. Er hat verquollene Lippen, eine gebeugte Haltung und kurze schwarze Haare. Irgendwie sah der hinterlistig aus. Er will dazugehören und wirft in unsere quietschende Tanzgruppe die Information ein, dass er auch in Saint-Jean gestartet ist, aber vor fünf Tagen. Der Kölner lacht ihn an. Na, dann kannst du das nicht verstehen, was wir hier veranstalten. Er verneint. Er habe auch an seinem eigenen dritten Tag nichts gemerkt. Alter, tut mir echt leid für dich, das ist super, lacht der Ehemann. Und seine Frau und ich stimmen ein. Chris bohrt unbeirrt drauf los. Warum seid ihr hier? Das Kölner Ehepaar überlässt es mir, auf diese Frage zu antworten, indem sie den Raum verlassen. Ich stelle mich meinem Schicksal und begehe die Dummheit, jemandem zu antworten, dessen Wesen mir unangenehm ist. Immerhin bin ich noch so geistesgegenwärtig hinreichend abstrakt zu reden und sage, dass ich auf der Suche nach der Antwort auf die Frage bin, ob es Schicksal gibt oder Zufall. Da flammt etwas in Chris auf und er sagt, dass das ein Thema in seinen Gottesdiensten sei, die mit E-Gitarren und Band abgehalten werden. Als er sagt, dass meine Zweifel an Schicksal und Zufall bereits sündhaft seien, weil, und ich zitiere, interessiert man sich zu sehr, hinterfragt oder denkt nach, holt einen der Teufel. Da platzt mir der Kragen und ich sage ihm, dass mit solchen Parolen immerhin das Dritte Reich aufgebaut wurde und dass sein Gott in meinen Augen Ähnlichkeiten mit Adolf Hitler hat. Aber Chris lässt sich nicht beirren, denn darin liegt ja das Perfide am Sektentum, er sieht das jetzt als Test seiner eigenen Standhaftigkeit, selbst wenn er nur auf seine Engstirnigkeit beharrt. Einen Versuch mache ich noch. Was ist denn mit all den guten und netten Menschen, die sehr wohl und ausgiebig zweifeln? Er sagt, dass diese Menschen nicht wirklich gut seien, sondern bereits auf dem Weg zur Hölle. Tja, ist man verbohrt genug, erklärt einem diese Weisheit die ganze Welt, in einem Satz. Wir einigen uns darauf, dass wir uns auch einfach raussetzen und über etwas anderes reden können, da scheint wenigstens die Sonne. Dort sehe ich Marc und Jean-Claude wieder und unterhalte mich erleichtert mit ihnen auf Französisch, was Chris offensichtlich nicht versteht. Er sieht ein wenig verloren aus und irgendwie freut mich das. Der hat mich ein bisschen sauer gemacht. So ein Gott geht mir auf den Sack. Ich möchte interessiert, zweifelnd und um Himmels Willen alles, auch mich selbst und meine Kultur hinterfragend, durch die Welt gehen. Etwas später lerne ich noch eine Deutsche namens Anna kennen, die gerade mit dem Bus hier in Pamplona angekommen ist und heute loslegt. Ich bereite sie darauf vor, dass sie sich auf den dritten Tag freuen könne, der bietet den Kick. Auch Oluf, ein Schwede, stößt heute zur Pilgerschaft. Sein Rucksack wiegt 16 Kilo ohne Wasser. Ich sage ihm, er solle sich von Dingen trennen, das täte eh gut. Aber der Macho in ihm behauptet, er schaffe das. Anna fügt hinzu, dass er ja nicht viel Wasser brauche. Ein Liter am Tag reicht, behauptet sie. Der Rest sei eh Bier. Das kann man sich unterwegs bestellen. Eine SMS an den Kölner Ehegatten gibt das Zwischenergebnis des Fußballspiels USA-Japan durch. Es steht 0 zu 0. Alle legen sich einigermaßen ausgeglichen ins Bett. In die Stille hinein sagt der Ehegatte plötzlich zu seiner über ihm schlafenden Frau, Ey, heute ist doch auch das Endspiel, oder? Betont flüsternd antwortet ihm seine Frau geduldig, Ja, es steht 0 zu 0. Irgendwann komme ich, halb schwatzend, halb schnaufend, auf dem letzten Bergkamm der Pyrenäen an. Da sind eiserne Blechfiguren als Pilger unter den Windrädern aufgestellt. Dicke, dünne, kleine, große, manche mit ihren Eseln und Pferden. Und da sitzt auch Jürgen wieder mit seiner Engländerin und macht Haa, ich sitze hier schon seit einer Stunde, haa. Mit den zwei Französinnen Emily und Livia komme ich an Jürgen vorbei ins Gespräch, der sich mit einem Haa wieder zu seiner Engländerin setzt. Livia erzählt, sie kommt zu Fuß aus Le Puy, das sind bis hier etwa 1000 Kilometer. Sie hat außerdem eine indianische Feder auf ihren Oberarm tätowiert. Ich bleibe noch ein wenig sitzen und spiele mit den Schatten der Windräder, die über mich weghuschen. Wenn man im richtigen Moment blinzelt, ist der Schatten eines Rotorblattes so schnell vorbei, dass man ihn gar nicht sieht. Wenn man dann rhythmisch blinzelt, sieht man gar nicht, dass ständig ein riesiger Schatten über einen hinweg saust. So kann man sich blind stellen für etwas Riesiges. Da läuft mir Oluf, der Schwede mit den 16 Kilo auf den Schultern, wieder über den Weg und hat ein etwas leidendes Gesicht. Ich wiederhole meinen Rat, sich von Dingen zu trennen. Am Abend sind Oluf und ich im selben Hostel in Puente de la Reina, etwa 100 Kilometer oder vier Tage hinter meinem Startpunkt und nachdem wir gegessen haben, präsentiert er mir stolz eine etwa drei Kilo schwere Plastiktüte. Ein Handtuch hat er einfach zur Hälfte durchgeschnitten und nutzt jetzt den übrigen Fetzen. Er scheint verstanden zu haben, sagt aber auch, dass die Trennung von einigen Dingen ihm nicht leicht fällt. Morgen wird er es sich danken, überlege ich. Seine Verbindung zu diesen Dingen ist für diese Reise einfach weder hilfreich noch relevant. Früh breche ich am nächsten Tag auf und so sehe ich noch den Sonnenaufgang und denke über den Weg nach. Ich komme darauf, dass er etwas von einem Leben hat. Man macht den ersten unbeholfenen Schritt, wird als Pilger geboren und hat keine Ahnung, wie weit es wirklich ist bis Santiago. Wie das alles funktioniert mit den Nächten und dem Essen, wie gefährlich die Strecke wird oder was einem so begegnen wird. Aber man weiß, irgendwann kommt man an. Je nachdem, wie schnell man geht, kommt man schneller oder langsamer ans Ziel. Mir gefällt an diesem Vergleich, dass man durch Langsamkeit sein Leben verlängert. Naja, manche steigen auch wegen unvorhersehbarer Dinge früher aus. Und da lässt sich auch eine Parallele zum Tod meiner Mutter herstellen. Sie brach um Weihnachten auf einer kanarischen Insel zusammen und lebte dann dort noch für ungefähr einen Monat hauptsächlich in einem Bett, auf Schmerzmitteln unter meiner und der Obhut anderer liebevoller Menschen. Sie, wir alle wussten nicht, wann es vorbei sein würde. Der Arzt sagte so hilfreiche Dinge wie morgen oder in einem Jahr und wollte dafür 150 Euro haben. Aber es war nicht mehr viel Zeit. Das zeichnete sich ab. Vom Zusammenbruch bis zu ihrem Tod war etwa so viel Zeit, wie ich für diesen Weg brauchen würde. Ich möchte den Weg ihres letzten Monats noch einmal durchgehen und plötzlich machen sogar die Schmerzen für mich Sinn. Es produziert Verständnis, das vier Wochen auszuhalten. Was denkt man da wohl, wenn man selber weiß, lang ist es nicht mehr. Ich liege in meinen letzten Atemzügen. Nachdem meine Mutter starb, traf ich auf ihrer Totenfeier eine Dame, deren Tochter in ihren eigenen Armen starb. Ich sprach sie darauf an, sie bestätigte und ich bekam das Gesicht, das so viele bekommen, die damit nicht umgehen können. Das Mitleidige. Und da zeigte sie mir einen wunderbaren Umgang damit. Sie lächelte und sagte, so ist das Leben, Jonas. Ich war ihr damals sehr dankbar für ihr Lächeln, weil es aus meiner Sicht die schwierigste Reaktion war, die sie mir hätte schenken können. Jean-Claude ist der Erste auf dem Jakobsweg, den ich von meiner toten Mutter erzähle. Er reagiert gar nicht wirklich, sondern führt das Gespräch gleich weiter, und zwar damit, dass seine Schwester mit 25 Jahren gestorben sei. Jetzt blicke ich wieder mitleidig daher. Er lächelt. C'est la vie, Jonas. Er gibt mir außerdem ein Sprichwort mit auf den Weg, das er hier auf dem Jakobsweg verstehen gelernt hat. A la guerre comme à la guerre. Sinnhaft ist darunter zu verstehen, dass man sich mit dem zufrieden geben soll, was man hat. Wenn du noch ein Brötchen im Rucksack hast, musst du dir keinen Joghurt kaufen, erklärt Marc. Auf dem Weg zu dem wunderschönen kleinen Örtchen Estella lerne ich noch die bezaubernde Jacqueline mit ihrem graubärtigen Mann Patrice kennen. Die beiden kommen aus der Bretagne, und da es dort sehr stark windet, sind sie durch den heutigen Wind, im Gegensatz zu den meisten anderen, extrem gut gelaunt. Beide sind extrem herzige Personen, und wenn man Jacqueline von hinten laufen sieht, könnte man sie mit einem jungen Mädchen verwechseln. So sehr wippt sie auf und ab. Dabei hat sie die 50 bereits hinter sich. In einer Pause läuft der Schwede Oluf wieder an mir vorbei. Er ruft mit hochgerissenen Armen Thank you, Lord, for letting me leave stuff behind. It's a different world. Mit der deutschen Anna mache ich eine kleine Pause an einem Flüsschen. Wir halten unsere Füße ins eiskalte Wasser, und es macht... Jetzt kommt auch Heinz, ein Schweizer von Ende 60, und zeigt uns, dass man hier die Früchte eines bestimmten Baumes essen kann. Er ist in der Schweiz losgelaufen. Seine Frau kam eine Woche lang mit, kehrte dann aber um. Er vermisst sie, möchte aber unbedingt Santiago erreichen. Seit dem ersten Schritt hat er 10 Kilo abgenommen, was er mit einem Foto beweist. Aus dem Foto scheint einen ein älterer Herr anzublicken als der, der vor einem steht. Er wirkt viel aufgeweckter, hat ein verschmitztes Grinsen und ist viel lebendiger, als es das Bild vermuten ließe. Außerdem sind die Früchte, die er uns empfohlen hat, sehr lecker. Schließlich stößt auch Mark zu dieser unverhofften kleinen Versammlung. Er erzählt, dass er eine wilde Kindheit, dann ein schwieriges und problematisches Erwachsenwerden hatte, jetzt aber seinen Frieden mit beiden gefunden hat. Er grinst über diese Errungenschaft, und sofort wünsche ich ihm, dass er dieses Lächeln niemals verlieren möge. Es wirkt so unbedarft, verzückt und ein kleines bisschen verschmitzt, und es stehen außerdem zwei lustige Grübchen auf seinen Wangen. Man sagt ja auch manchmal, als ob die Sonne aufgeht. Das Kölner Ehepaar liegt in Esteya im Sammelraum auf den Pritschen. Die Gattin hat Tränen in den Augen, weil sie heute über 30 Kilometer mit ihrem Mann ohne Pause gelaufen ist. Aber wir dachten, heute fühlen wir uns stark, da gehen wir durch. Ich empfehle ihr meine Fußpraktiken und wie gut das tut. Sie lächelt milde und sagt leise, Das mach ich später mal, danke. Ihr Mann, der neben mir steht, drückt auf die genannte Stelle und ruft, Oh ja, das tut echt gut, du! Ich bewundere diesen Herren für seine Weigerung vor intellektuell gehobenem Habitus oder Seriosität oder Bedrückung und für seine fast sture Naivität. Zum Glück muss ich ihm das nicht sagen. Der bleibt eh so. Am nächsten Morgen hat Marc Geburtstag. Ich schenke ihm eine Packung Dinkelkekse und er freut sich. Etwas anderes zu schenken ist ja ohnehin Quatsch. Entweder es ist nützlich oder es ist essbar. Manche Menschen auf dem Jakobsweg geben mir wirklich wunderbare Rätsel auf. Jean-Claude zum Beispiel ist Bankier gewesen und jetzt Poet. Das ist im Kopf schwer zusammenzukriegen, aber da steht ein Mensch, der das beides ist. Und das macht ihn sehr interessant, weil man da Klischees über Bord werfen kann oder muss. Ein Spiel mit der Illusion, die man geneigt ist, als Wahrheit hinzunehmen. Eines Abends sitze ich mit Anna, Jean-Claude und Marc auf einer wunderschönen Terrasse. Vor ein paar Tagen habe ich diese Menschen nicht einmal gekannt und jetzt fühle ich mich mit ihnen sehr vertraut. Man ist gezwungen, überrascht zu werden. Jeden Morgen hat man keine Ahnung, wo man am Abend sein wird und was sich hinter der nächsten Kurve verbirgt. Am Abend gibt Jean-Claude endlich mal eine Kostprobe seiner Lyrik. Seine drei Gedichte habe ich wegen geschwind vorgetragenem Französisch nicht wirklich verstanden, aber ich habe an Jean-Claude und seinem Ausdruck ihren Charakter ablesen können. Es war wunderschön, wie er da stand und die emotionale Welt, die hauptsächlich aus Sehnsucht und Zuneigung zu bestehen schien, so unverfälscht mitzuerleben. Es fühlt sich an, als fehlt es hier wirklich an nichts. Dabei habe ich viel weniger. In der Kleinstadt Logoronio enden viele Kapitel in meiner Jakobsweg-Geschichte. Jacqueline, die adrette Französin mit ihrem sympathischen Mann, wird morgen abreisen. Ich werde ihren Gang und ihre aufgeweckte Art vermissen und das Reden von sich in der dritten Person. Sie geht zurück in die Bretagne zu ihren geliebten Winden. Sie bricht hier ab und will den Weg im nächsten Jahr zu Ende machen. Wir umarmen uns herzlich zum Abschied. Sie zeigt auf mich und sagt, Dieu, protect you. Gerührt gebe ich ihr ein Küsschen auf die Wange und fühle mich tatsächlich ein wenig beschützt. Emily vom Bergrücken mit den Windrädern ist auch in Logoronio. Marc findet die toll, sagt er. Jean-Claude sagt über sie, und das ist ausnahmsweise mal unromantisch von ihm, dass sie große Brüste hat. Aha, das ist also die Mischung aus Poet und Benker, entweder romantisch oder akkurat beobachtend. Danach, in derselben Alberge, taucht auch Livia wieder auf mit dem Federn-Tattoo am Oberarm. Sie erzählt, ihre Füße haben zunächst geschmerzt und machen jetzt bei jedem Schritt knirschende Geräusche. Nach einem Arztbesuch fährt sie mit dem Bus ein paar Tagesetappen weiter. Auch nach 1000 Kilometern kann man also noch Fußprobleme bekommen. Auf dem Marktplatz von Logoronio beweist Jean-Claude, dass er als Romantiker und Charmeur gut erprobt ist. Er trifft eine blonde junge Dame und gibt ihr auf eine Weise einen Handkuss, die so unaufdringlich, aber dennoch zutraulich ist, dass ich mit offenem Mund staunend daneben stehe. Sein Trick ist, er geht nach dem Handkuss einen kleinen Schritt zurück. Dadurch war der Handkuss eine unkomplizierte, unaufdringliche und lediglich schmeichelnde Geste. Mir fällt auf, dass mein offener Mund im Gegensatz zu dem Handkuss ganz und gar nicht gekonnt ist. Eine Spanierin namens Olga wird zur Attraktion des Abends, weil sie den gesamten linken Arm, den Hals und ein Bein voller dieser wie großer Mückenstiche hat. Bettwanzen Zusätzlich hat sie eine krächzende Stimme und ein halb angegrautes Auge. Sollten die Biester auch da zugeschlagen haben? Sogar an ihren Stimmlippen. Krause Haare hat sie auch. In einer einzigen Nacht völlig fertig gemacht. Sie berichtet, etwas gespürt zu haben, aber mit neun weiteren Personen im Raum hätte sie sich nicht getraut, aufzustehen und jemanden zu wecken. Erst am nächsten Morgen erkennt sie in den Augen der anderen, dass sie darauf besser mal einen feuchten Kehricht gegeben hätte. Dann folgt unerträglicher Juckreiz und zur Abrundung das Grauen beim ersten Blick in den Spiegel. Ich werde alle Bettwanzen beim kleinsten Anzeichen sofort töten und nicht zögern aufzustehen, nehme ich mir vor. In der folgenden Nacht der Klassiker. Überall fühle ich es krabbeln und stechen, kann kaum schlafen, aber nichts passiert. Am nächsten Tag, ich bin jetzt etwa acht Tage unterwegs, entdecke ich am Wegrand einen kilometerlangen Maschendrahtzaun. Auf der vollen Länge sind Kreuze aus Holz oder Plastiktüten oder was man sonst verwenden kann. Ich mache eins aus Zweigen für meine Mutter dazu, dann trete ich einen Schritt zurück und betrachte es. Ich stelle fest, dass es bereits aus geringer Distanz nur ein Kreuz von vielen ist, schon nicht mehr als neu erkennbar. Ich bin nicht allein, geht mir durch den Kopf. Wie so oft auf dem Weg überfällt mich hier eine Welle Gänsehaut. Meistens freut es mich nur, weil es angenehm ist. Dann stehe ich plötzlich vor einer großen alten Kirche. Das Kribbeln wird stärker, also kitzelt mich die Neugier und ich gehe rein, um vielleicht so eine Erleuchtung oder so etwas zu bekommen. Die Kirche ist recht alt. Abgenutzte Dielen am Boden, Steinwände. Eigentlich ist alles recht einfach gehalten, bis man zum Altar blickt. Da ist plötzlich ein riesiges Gebilde aus Gold. Unten sieht man Maria, die das Jesusbaby im Arm hält. In der Mitte sieht man Maria, die unter dem gekreuzigten Jesus steht. Und ganz oben sieht man Maria, die über allem schwebt, milde lächelt und alles unter ihr segnet. Von einer der Holzbänke betrachte ich mit Verwunderung diesen hauptsächlich Maria ins Zentrum rückenden Altar, der nicht beleuchtet ist, weil das Licht für eine Minute in Spanien einen Euro kostet. Und im Nachdenken über Maria, die so vieles erlebt hat, dennoch so zuversichtlich und beschützend bleibt, fällt mir ein, dass meine Mutter auch mit Zweitnamen Maria hieß. Diese Maria hier lächelt von ihrem Altar herab und versichert mir, meiner Mutter gehe es gut. Ob ich sie sehen wolle? fragt sie mich. Und ich sage, ja. Und da ist sie auch schon. Strahlt über beide Ohren. Lacht laut und befreit. Ruft mir von weitem zu, dass sie das klasse findet, was ich da mache. Den Jakobsweg findet sie super, wollte sie auch immer machen. Und sie ist so stolz auf mich. Ich höre sie richtig mit ihrer etwas erhöhten Stimme, die sie immer bekam, wenn sie aufgeregt war. Ich sehe richtig ihre Begeisterung im Körper, die sie zeigte, wenn sie jemanden lange Zeit nicht gesehen hat. Sie ruft. Hey Jonas, du machst das genau richtig. Lass dich nicht im Stich, ja? Ich hab dich lieb. In Gedanken rufe ich zurück. Ich hab dich auch lieb, Mama. Und ich vermiss dich. Die Tränen schießen mir in die Augen. Und mit diesem Bild, das ich so lange nicht mehr gesehen, dieser Stimme, die ich so lange nicht mehr gehört habe, löst sich ein gewaltiger Knoten in mir und es läuft mir nur so aus den Augen heraus. Meine Mutter lächelt und sagt, das ist doch genial hier. Ich bitte diese hilfsbereite Maria, darum gut auf meine Mutter aufzupassen. Sie lächelt milde und sagt, selbstverständlich. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Da geht das Licht an. Jemand scheint einen Euro eingeworfen zu haben. Der ganze Altar leuchtet auf. Ich starre vor mich hin und bin völlig überrumpelt von dem, was da gerade stattgefunden hat. Und ein kleines bisschen verstehe ich besser, warum es Religionen gibt. Warum ein Reich erbaut wird in unseren Köpfen für die, die wir vermissen. Ein kleiner Junge in mir, der sehr viel seiner Hoffnung und Lebensliebe eingebüßt hatte, bleibt in der Kirche sitzen und löst sich von mir. Der Rest von mir steht auf und geht hinaus. Im Weitergehen treffe ich auf Anna. Wir gehen ein wenig stumm nebeneinander her. Sie mit ihrem Knie und ihren 15 Blasen, wovor ich allergrößten Respekt habe. Also biete ich ihr an, ihren Rucksack für eine Weile zu tragen, weil es den Berg hinauf geht und das mit Blasen schwieriger ist. Als ich mir den Rucksack vor die Brust schnalle, trennen sich in mir Körper und Gehirn. Das Hirn fliegt vor Stolz, jemandem helfen zu können. Der Körper bricht beinahe zusammen und schnauft, was das Zeug hält. Es muss ziemlich hässlich klingen, denn ich versuche zusätzlich, es nicht zu zeigen. Ich komme für mich zu dem Schluss, dass Heldentum eben hässlich sein kann und lasse mich wiederum von Anna retten, die mir anbietet, den Rucksack wieder zurückzunehmen. Als ich ihn abnehme, fühlt es sich an, als ob ich fliege, was wiederum sie zu meiner Heldin macht. Am Abend erfahre ich Jean-Clauts vollen Namen. Er lautet, Dann wird er wieder poetisch und gibt einen seiner Lieblingssprüche zum Besten. Es gibt immer irgendwo eine Frau, die man verführen kann, ein Buch, das man entdecken kann, eine Flasche, die man fertig machen, also austrinken kann. Die wanzenzerstochene Olga hat heute Geburtstag und zu diesem Anlass versammelt sich ein Tisch mit 17 Personen aus acht verschiedenen Nationen. Südkorea, Ungarn, Schweden, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Spanien und Belgien. Das Fremde wird zur Gemeinsamkeit und wir singen Happy Birthday to You auf acht Sprachen simultan. Die Melodie ist überall dieselbe, nur die Worte überschlagen sich. Am Wegrand sitzt eine Pilgerin, die ich als Anne Victoire kennenlerne. Sie schnibbelt gebückt an ihrem Rucksack herum. Bei näherem Betrachten erkenne ich einen kleinen Vogel in ihrer Hand. Und was sie auf ihrem Rucksack zerteilt, ist ein Regenwurm. Sie sieht meiner Ex-Freundin erschreckend ähnlich. Das hat aber mit dem Vogel nur indirekt zu tun. Wie mir Anne Victoire auf Französisch erklärt, hat sie den ganzen Morgen schon nach Regenwürmern gesucht und gerade eben ganz plötzlich, da war einer. In kleine Stücke zerhackt, füttert sie dem unschuldigen Ding in ihrer Hand, den unschuldigen Wurm. Sie hat ihn in einer Kirche gefunden, also den Vogel. Bei der nächsten Pausenmöglichkeit helfe ich ihr dabei, sich die Scheiße von der Hand zu spülen. Sie bedankt sich mit Très gentil und ich muss mich davor bewahren, diese noch recht fremde Dame einfach zu umarmen. Sie ist so nett und durch die Ähnlichkeit mit meiner Ex-Freundin wirkt sie so vertraut. Vor allem mit dem Vogel. Aber da trennen sich unsere Wege auch schon wieder für diesen Tag. Am Abend laden mich die Südkoreaner zum Essen ein. Hun, ein weiterer Südkoreaner, der seine Landsleute schon gefunden hat, bringt mir ein wenig südkoreanisch bei. Zum Beispiel Jail Bokna Jishinida? Was so viel heißt wie Guten Appetit? Ich bestaune ihr Verhalten. Sie sind fast stoisch nett, machen immer Aaaaaah wenn man ihnen etwas erzählt, auch wenn sie kein Wort verstehen und grinsen viel. Sie nicken eigentlich ständig, essen gern grüne Algen und benutzen Chili wie Ketchup. Später sehe ich mir die Kathedrale in Santo Domingo de la Calzada an. Die Kathedrale selbst ist schon mehrere hundert Jahre alt, allerdings alles andere als altertümlich hergerichtet. Aus den Boxen in den Ecken schallt Popmusik, Leuchtstreifen am Boden dienen als Wegmarkierer, LED-Bildschirme als Infotafeln vor Altären und ein Eingang aus Glas. Eintritt 2,50 Euro. Also wirklich. Modernisierung von Kirchen, das ist ja wohl das Letzte. Sehr erbost gehe ich wieder zurück in mein Pilgerhotel, nutze den Aufzug in den ersten Stock, setze mich noch kurz in die Massagemaschine, sehe im Gemeinschaftsraum etwas fern, nochmal kurz auf das glänzend weiße Klo und rein in mein gefedertes Haarschaumbett. Also wirklich. Man muss manche Dinge doch auch in ihrer Zeit lassen. Der nächste Abend. Wegen akutem Sockenmangel oder einfach mangelndem Nachdenken, als ich mir lediglich Halbsocken eingepackt habe, die sie mir aber so langsam in die Achillessehne schneiden, nimmt mich der Hospitalero in Belo Rado mit in sein Lager, wo Klamotten, die von Pilgern vergessen wurden, gesammelt werden. Er gibt mir drei wahnsinnig bequeme und weiche paar hohe Socken und sagt, dass der Rest bald in einer Sammelaktion nach Brasilien verschifft wird. Die Socken gebe er mir gern, denn die brauchen die in Brasilien eh nicht. Es ist einfach immer zu warm da. Wahnsinn. Ich, Deutscher, erfahre auf dem Jakobsweg in Spanien von einem, der gut Englisch kann, dass man in Brasilien keine Socken braucht. Beim Abendessen gibt mir Jean-Claude wieder einen Spruch zum Nachdenken mit auf den Weg. Ich bin auf der Suche nach einem Himmelblau, das es nicht gibt. Morgens treffe ich wieder auf die Französin mit dem Vogel, Anne Victoire, die wie meine Ex-Freundin aussieht. Sie hat den Vogel mittlerweile freigelassen. Wir reden ein wenig über Kirche und Katholizismus und weil es mir möglich scheint, erzähle ich ihr von meiner toten Mutter. Sie kontert mit ihrem toten Halbbruder. Wir fragen uns, ob es Zufall ist, dass hier so viele Leute unterwegs sind, die etwas hinter sich lassen wollen. Niemandem scheint hier ein ordentlich europäisches Schicksal zu schocken. Ob das vielleicht sogar der Grund für viele ist, hierher zu kommen? Schließlich driftet das Gespräch in Albernheiten ab und wir müssen so heftig lachen, dass wir vor Schmerz innehalten müssen. Bis zu einem Café schaffen wir es dann doch noch mit Mühe. Dort sitzend und plaudernd knallt und zischt plötzlich etwas neben uns. Einem Fahrrad ist durch die pralle Sonne ein Reifen geplatzt. Man kann diesem trostlosen Ding dabei zusehen, wie es mehr und mehr an Standfestigkeit verliert. Der Besitzer geht hin, holt seinen Ersatzschlauch und Mantel hervor und keine drei Minuten später steht das Fahrrad wieder fahrtüchtig da. Da frage ich mich, ob ich eigentlich ausreichend vorbereitet bin und entscheide mich für ein enthusiastisches und erleichtertes Nein. Es sind ja auch noch einige Kilometer bis Santiago. Der Weg ist noch ein Stück. Noch kein Grund zur Panik. Von einer aufdringlichen Hospitalera werden Anna, Mark und ich in ein Zimmer mit zehn Betten gesteckt. Vier Betten gab es noch. Bleibt also eines übrig. Die Dame meinte, wir können erst mal ablegen und essen und sollen uns danach nochmal melden, um zu bezahlen und den Stempel abzuholen. Wir gehorchen. Nach dem Essen gehe ich ins Zimmer zurück. Dort sitzen Tobi und Hannah, die nach uns kamen, auf dem Bett. Nein. Auf zwei Betten. Ich wundere mich etwas und frage, wie sie das gemacht haben. Es war doch nur noch eines übrig. Die beiden sind etwas verdattert und stottern, dass das ganz komisch war. Mir kamen die hinein und die Frau hat durch ihre Rücksäcke und die Pässe geschaut und weil in dem Eulepass kein Stempel von hier drin war, da hat sie den Rucksack mitgenommen und uns hier nachsteckt. Ich frage, wo der Rucksack sei und welcher das war. Es war Annas. Wo der jetzt sei, wissen sie auch nicht. Also gehe ich zurück zur Rezeption und frage die Dame, wo der Rucksack sei, den wir eben noch ans Bett gestellt haben, auf ihre Anweisung hin. Mein Spanisch reicht immerhin mittlerweile, um angepisst zu klingen. Sie geht mit mir zurück auf das Zimmer, stellt sich in die Mitte und zählt erst mal. Als sie bei elf ankommt und überrascht tut, versucht Tobi die Situation zu klären. Problemas? Zehn Bettos? Elf Personas? Sie bittet, Tobi und Hannah mit ihr mitzukommen. Die beiden haben Angst und bleiben sitzen. Dann dreht sie sich zu zwei schlafenden Pilgern um, weckt die beiden unsanft mit ein paar Schlägen gegen die Schultern und sagt, sie sollen aufstehen. Die frisch erwachten Pilger blicken genauso unverständlich zurück, wie die Dame es verdient hat. Dann frage ich, wo eigentlich der Rucksack sei, den sie einfach durchsucht hat. Aus einem Nebenzimmer holt sie ihn und bittet Tobi und Hannah nochmal mitzukommen. Dieses Mal zeigt sie auf das Nebenzimmer, das bis jetzt noch abgeschlossen war. Also folgen Tobi und Hannah immer noch etwas misstrauisch. Ein Zeichen davon, dass ihr der Vorfall leidtut, gibt es nicht. Also nehmen Tobi, Hannah und ich die einzige Möglichkeit, die uns dagegen bleibt. Wir lachen herzlich über die Dame und diese seltsame Situation. Wir gehen ungläubig, aber erheitert ins Bett und werden von Tobi noch mit seinem gekonnten Spanisch in die Nacht geschickt. Am nächsten Tag laufe ich weitgehend allein. Das ist wie ein Blasebalk für meinen Kopf. Vor der nächsten Alberge steht Oluf, der hiermit seine letzte Etappe beendet hat und am nächsten Tag zurück nach Schweden fliegt, was mich etwas traurig macht. Wir setzen uns nebeneinander auf eine Bank, um die Schuhe auszuziehen und fangen beide aus Leibeskräften an zu weinen. Wir fragen uns gegenseitig, was denn los sei, trösten den jeweils anderen und beteuern uns gegenseitig, dass alles in Ordnung sei. Die Tränen verstehen wir beide nicht, sie sind einfach da. Wieder eine größere Stadt und wieder gehen einige Kapitel ihrem Ende entgegen. Etwa 350 Kilometer liegen jetzt hinter mir. Anne Victoire fährt auch am nächsten Tag mit dem Zug nach Frankreich zurück. Marc und Jean-Claude bleiben einen Tag in Burgos, wollen mich aber einholen. Emilie wird morgen mit dem Bus zwei Tagesetappen vorausfahren und dann zurücklaufen, denn dann geht ihr Flieger von hier zurück in die Schweiz. Und Oluf fliegt morgen nach Schweden zurück. Die Telefonnummern werden ausgetauscht, wir gehen zusammen essen, dann schlafen und dann sind sie alle weg. Früher oder später gewöhnt man sich schon an sich selbst. Da bin ich mir sicher. Jean-Claude gibt zum Abschied wieder einen seiner Sprüche zum Besten. Man geht den Weg, um etwas zu suchen, das man nicht findet, und man findet etwas, wonach man nicht gesucht hat. Immer wieder treffe ich am nächsten Tag auf dem Weg nach St. Bol auf Heinz, den älteren Herrn, der seine Frau so vermisst und zehn Kilo abgenommen hat. Er will wieder zurück zu seiner Frau. Und von so einem greisen alten Mann klingt das wie eine sehr große Liebeserklärung. Er scheint erneut eine Kraft in sich wiederentdeckt zu haben, die ihn jünger aussehen lässt. Insgeheim denke ich mir, dass seine Frau sich bestimmt freuen wird, was für ein Heinz da zu ihr zurückkommt. Etwas später habe ich von einem Heuballen aus eine fantastische Aussicht über weite Felder Spaniens und eine Wolkenfront, die aussieht wie die Ankunft von Raumschiffen auf der Erde. Heinz ruft mir im Vorbeigehen zu. Ah, hast du dir einen Logenplatz besorgt, oder? Als ich mich ein paar Kekse und etwas Wasser später wieder auf den Weg mache, sehe ich Heinz etwa einen Kilometer weiter stolz auf einem Stein sitzen. So, jetzt habe ich auch einen Logenplatz, lacht er mir zu. Kurze Zeit später treffe ich auf einen weiteren interessanten Kauz hier auf dem Weg. Einen Bayer. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs und macht damit in etwa dieselbe Geschwindigkeit wie andere zu Fuß. Er sagt, dass er das Fahrrad braucht, weil seine Hüfte kaputt ist. Früher hat er Mittelstreifen vorgezeichnet, das heißt, er hat die Markierungen für die Maschine gesetzt, die dann die Streifen malt. Dabei wurde er mehrfach von Autos erwischt, bis irgendwann seine Hüfte nachgab und jetzt irgendwie seine Macken hat. Dieses Fahrrad, dies ist das Töchterchen von meinem Schnucki, einer Kawasaki mit 150 PS, dies ist so bequem, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist der Wahnsinn. Sag einmal, ich habe gestern eine Dame hier kennengelernt, die hat sich auf mich gestürzt und gestern, da ist es dann passiert. Die hast du nicht zufällig gesehen, oder? Ich frage mich ernsthaft, ob er selber davon ausgeht, dass er mir damit ausreichend Informationen zum Erkennen gegeben hat. Schließlich erzählt er noch, dass er gerade ein professionelles Buch schreibt, was immer das ist. In diesem Zusammenhang sei er jedem dankbar, der ihm seine Geschichte erzählt. Ich erzähle ihm meine. Er blickt mich staunend an, was mich ein wenig misstrauisch macht, weil es mir übertrieben vorkommt. Er scheint wirklich sprachlos, denn alles, was jetzt noch kommt, ist Und als echter Niederbayer natürlich noch Wahrscheinlich wollte er seine Dame finden. Er wirft noch über die Schulter Aha, das Geheimnis zum Erfolg kennt er also auch. Ich bleibe noch irritiert einige Minuten zurück und treffe ihn einen Kilometer weiter im nächsten Café wieder. Er begrüßt mich mit Jonas! Respekte! Darf ich dir einen Kaffee spendieren? Aber ich kann nicht ganz unterscheiden, ob das Höflichkeit oder tatsächliches Interesse ist, also lehne ich dankend ab. Mit der Spanierin Olga, die jetzt neben mir läuft, lästere ich ein bisschen über die Welt ab. Es tut gut, sich gegen den Schmerz in den Füßen mit dem in der Welt zu empören. Es ist aber auch viel leichter hier mit offenen Feldern und nichts, was einem fehlt, außer der nächsten Mahlzeit und Wasser. Schließlich komme ich in einem idyllischen Häuschen mitten im Nirgendwo an. Es ist aus Steinen gemauert und bietet im Hintergarten einen Swimmingpool mit kaltem Quellwasser. Außerdem eine kleine Baum-Oase zwischen Weizenfeldern und zwei Bergkämmen, um das Ganze einzurahmen. Dazu kommt etwa eine halbe Stunde nach meiner Ankunft ein aufmerksamkeitsbegieriger Italiener und stellt sich mit den Worten vor, Alkohol und Unterhaltungen zu mögen. Natürlich kann er nur Italienisch, das macht ihm aber nichts aus. Er redet 20 Minuten am Stück und wenn das Gespräch mal ohne ihn stattfindet, will er sofort wissen, worum es geht. Als ich gerade für 20 Sekunden auf einer Mauer sitze und durch die Bäume in die Ferne sehe, sagt er zu mir, ich denke aber viel nach. Als ich etwas später während einem seiner Monologe für fünf Sekunden Richtung Sonne blicke, wiederholt er seine Feststellung und trinkt selbstzufrieden die Hälfte seines Biers leer. Tritt selbst bei ihm eine Stille ein, die länger als zwei Sekunden anhält, überbrückt er mit Bestimmt schnarcht der Kerl heute Nacht. Aber jetzt tue ich ihm vielleicht unrecht mit meinen Vorurteilen. Ich lege mich vorurteilsfrei ins Bett. Kurz darauf kommen die anderen nach. Keine fünf Minuten später hört man die ersten Schnarchgeräusche. Aus seiner Ecke. Also doch. Beim Frühstück mache ich die verschiedenen Nationen und ihre Art zu sprechen nach, worüber ausgiebig gelacht wird. Besonders südkoreanisch gelingt mir sehr gut. Ich zögere kurz bei Italienisch, weil ich nicht weiß, wie gut der Kerl auf Humor zu sprechen ist, aber dann beschließe ich, dass mir das egal ist und mache es trotzdem. Er lacht. Na, vielleicht wird es ja doch noch was mit uns beiden. Dann bitte ich ihn, Deutsch nachzumachen. Er verweigert zunächst, lässt sich dann aber doch breitschlagen und macht ein wirklich gut erkennbares deutsches Klischee à la Adolf Hitler nach und wedelt passenderweise mit den Armen dazu. Ein spektakulärer Sonnenaufgang schickt mich in die Tagesetappe und aus diesem friedlichen kleinen Nest, dem ich wehmütig einen letzten Blick zuwerfe. Der Italiener ist ein paar Minuten früher losgelaufen als ich und im nächsten Dorf sitzt er bereits wieder in einem Café mit jemandem, den ich nicht kenne und trinkt ein Bier. Dann, wiederum ein paar Dörfer weiter, es ist mittlerweile so gegen 12 Uhr mittags, kommt er mir wieder entgegen. Scheinbar habe ich mehr Pausen gemacht als er. Diesmal lehnt er sich nach der Begrüßung gleich wankend an die nächste Mauer, von der aus er einen Monolog beginnt, aus dem ich mich glücklicherweise nach nur fünf Minuten elegant befreien kann, indem ich anmerke, dass ich mit meinen wenigen verbliebenen Haaren auf dem Kopf dringend aus der Sonne muss. Er wankt weiter und spricht gleich den nächsten Pilger an, ob er mit ihm ein Bier trinken will. Offensichtlich ist ihm keine Tageszeit zu schade, um seinen Hobbys nachzugehen. Hinter dieser wunderschönen Stadt mit dem Namen Castrocheriz geht es über ehemalige Eisenbahnschienen, die den Pilgerweg Platz machen mussten, einen steilen Hang hinauf bis auf die erste Ebene der sogenannten Meseta, einer Hochebene mit erbarmungsloser Hitze. Im Aufstieg treffe ich Judith, die mir von einem jungen Pilger erzählt, der erst vor kurzem den Weg machen wollte, ebenfalls in Saint-Jean-Pied-de-Port begann, von da aber mit 60 Kilometer-Etappen seine Reise antrat. Nach dem ersten Tag war er in Schock, ging am nächsten aber weiter, nachdem konnte er nicht mehr so viel essen, wie er auskotzen musste und nach dem dritten brach er tot zusammen. Es scheint Menschen zu geben, die haben etwas so Schwerwiegendes mit sich auszumachen, dass sie die Verarbeitung dessen nicht überleben. Sofort beginne ich regelmäßiger zu atmen, die Schritte zu verkleinern und frage mich, wie das eigentlich geht, dreimal hintereinander seine Grenzen zu überschreiten. Pünktlich zur Mittagshitze komme ich oben an und blicke auf den erbarmungslosesten Teil des Jakobswegs, der Meseta. Und das Wetter ist genau seit heute zum ersten Mal völlig wolkenlos. Na prima. Ich lasse mich von der Hitze zum langsamer gehen verleiten und werde von einer beträchtlichen Menge Pilger eingeholt, was jedoch die ein oder andere nette Begegnung mit sich bringt. Ein weiterer Fahrradfahrer aus Bayern zum Beispiel erklärt mir, dass die vielen Fahnen an seinem Fahrrad die Farben Tibets sind. Er fährt für ein freies Tibet und erklärt mir besorgt, dass dieses Land auf ethnische Weise erobert wird. So viele Chinesen werden dort reingepumpt, dass irgendwann Volksabstimmungen abgehalten werden können, ob Tibet jetzt zu China gehören soll. Dass dabei heimlich still und leise eine gesamte Kultur vernichtet wird, das bemerkt außer diesem Fahrradfahrer und denen, die ihm zuhören, scheinbar fast keiner. Später begegnet mir Chris wieder. Er sieht mich und quatscht drauf los, als hätten wir uns immer gut verstanden. Auf einer Anhöhe sei ihm eine Blase geplatzt. Ich ziehe mitleidend etwas Luft durch die Zähne. Er zeigt auf mich, macht große Augen, was bei ihm irgendwie irre aussieht, und ruft, ja, genau. Ich verabschiede mich höflich und halte mein Kichern noch bis zur nächsten Ecke zurück. Im Innenhof meiner heutigen Alberge sitzt ein verheiratetes Paar. Die Frau sieht aus, als hätte man sie mit einem Bügeleisen verdroschen. Überall im Gesicht sieht man Schrammen und Blutergüsse. Der Mann neben ihr verhält sich scham- und schuldlos. Ich frage Judith, die Spanerin, ob sie so etwas oft sieht und sie bejaht. Dann male ich mir aus, wie ich hingehe und frage, was da los sei, wie der Mann zur Antwort das Bügeleisen seiner Frau nimmt und mir Schrammen verpasst. Eigentlich müsste man nachfragen. Man müsste sich einmischen bei so etwas, aber mit Verweis auf mein holpriges Spanisch kneife ich. Ich sage mir auch gleichzeitig, dass das jetzt total feige ist, aber es hilft nichts. Ich wusste auch nicht, was ich erreichen könnte, wenn ich es täte. Er hätte sich bestimmt nicht schlechter gefühlt. Auch Judith erzähle ich von meiner toten Mutter, was sie mit ihrem toten Großvater beantwortet, der ihr sehr nah war und von dem sie sich nicht wirklich verabschieden konnte, weil die Familie sie nicht mit der Information, er sei krank, belasten wollte. Sie sagt, dass sie in ihrem Leben nie so sauer auf die Fürsorge anderer war. So langsam komme ich auf den Trichter, dass Sorgen um den Tod sehr verbreitet sind. Komisch eigentlich, dafür werden sie dann doch recht zimperlich angefasst, die Sorgen. Ich habe mal recherchiert. Es gibt im Moment etwa sieben Milliarden Menschen, die auf der Welt leben. Von uns Homo sapiens sapiens sind etwa 150 Milliarden bereits tot. Erheblich mehr Leute sind also eher tot als lebendig. Heute kann man doch alles in Zahlen argumentieren. Also nach dieser recht einfachen Darlegung der Zahlen denke ich, das Simpelste der Welt ist, dass man stirbt. Dennoch ist wohl ein bestechendes Argument für die Unsicherheit aller, dass der Umgang damit niemandem beigebracht wird. Seit dem Zweiten Weltkrieg versuchen in Deutschland viele für sich selbst mit dem Tod umzugehen und viele bleiben darin allein. Er bleibt etwas Schockierendes und Lähmendes in unseren Gemütern. Er macht uns stumm, was man bei Beerdigungen beobachten kann. Ich möchte jetzt nicht die Hindus propagieren, die bei einem Tod eine Feier veranstalten, aber der Tod ist das Endgültigste, was wir kennen. Warum wird da geschwiegen? Warum werden Leute, die weinen müssen, halb mitleidig, halb beneidend beäugt? Und warum haben die Überlebenden oft ein schlechtes Gewissen? In einer anderen Kultur wird ein Sarg an den Strand gelegt, wo die Familienangehörigen ihn umarmen, küssen, ihn treten, beweinen und bespucken können. Dann wird er aufs Wasser gesetzt und fährt davon. Den Familien dort ist ein verstorbener Angehöriger selten ein Klotz am Bein. Scheinbar verarbeiten wir Deutsche unsere Toten langwieriger und unbeholfener. Dabei haben wir alle eine Sache gemeinsam, ob wir es wollen oder nicht. Der Tod macht uns Sorgen. Bei meiner Mutter war der Ablauf nach ihrem Tod sehr günstig. Wir haben in ihrem Sinne überlegt, wo wir ihre Asche am besten hintun sollten. Mir fiel ein, dass sie immer sagte, sie wolle nicht an einem einzigen Ort beerdigt sein, an dem man sie dann besuchen könne, das fände sie albern. Also nicht nur ein Ort. Dann überlegten wir, was sie gern tat. Sie starb auf La Palma, war also schon auf ihrer Lieblingsinsel. Sie ging gern wandern in den Bergen und war eine Wasserratte. Eine Freundin erzählte noch, dass sie etwa zwei Monate vor dem Tod meiner Mutter mit ihr am Meer entlang fuhr und meine Mutter dann plötzlich unbedingt ins Meer wollte. Da sie sich schon damals nur noch eingeschränkt bewegen konnte, besorgte ihre Freundin einen Schwimmring und ein Tau, machte es am Schwimmring fest, legte meine Mutter in den Schwimmring und ließ sie, soweit das Tau reichte, hinaus aufs Meer treiben. Meine Mutter war überglücklich vor Freude. Außerdem mochte sie den höchsten Punkt der Insel, den Roque de los Muchachos, zum einen wegen dem Namen und weil sie von dort eine fantastische Sicht in die schöne Caldera hatte. Da das Wasser und der höchste Punkt zusätzlich noch ihre Insel einrahmten, war die Entscheidung getroffen. Wir streuten also die eine Hälfte am Roque de los Muchachos, am Gipfel auf den Boden und in den Wind und die andere Hälfte bei einer Bootsfahrt ins Meer. Im Meer machten die weißen Überreste eine Form im Wasser, die mit einem Engel vergleichbar war. Dazu sang ein Freund von ihr und es gab von der Bootscrew zubereitetes Essen. Es war eine schöne Beerdigung, von einem persönlichen und auf meine Mutter direkt zugeschnittenen Standpunkt aus. Als ich wieder zurück in Deutschland war, stellte ich fest, dass wir damit unglaubliches Glück hatten. In Deutschland wäre diese Form der Beerdigung verboten gewesen. Auch meine Oma und mein Opa waren bei der Beerdigung dabei. Was das für Eltern bedeutet, das kann ich mir gar nicht vorstellen, zumal meine Oma als echte Preußin schon ganz andere Sachen verarbeiten musste und daher kam wohl auch der Eindruck, etwas immer mit sich selbst ausmachen zu müssen, der bei ihr sehr stark war. Hilfreich war das selten. Meine Oma war eine Überlebende brutaler Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Sie hat mit 75 Jahren auf Bitten meiner Mutter einen Brief verfasst, in dem sie diese Geschehnisse beschreibt. Sie sind grausam und hoffnungslos, reichen bis hin zu Halluzinationen und Gotteserlebnissen, um die unentbehrliche Hoffnung am Leben zu erhalten. Und ich kann seitdem meine Oma um einiges besser verstehen. Aber man überlege sich, wie lang diese Frau das alles ungesagt, unbearbeitet und einsam in sich trug. Wie wahrscheinlich es ist, dass diese Frau ihre Angst und ihren Schrecken an ihre Nachkommen weitervermittelte. Das ist etwas, was wir immer noch alle gemeinsam haben. Die irritierte und hilflose Haltung dem Tod gegenüber. Mit diesen Gedanken erreiche ich nach langem Marsch und meinem Tagesrekord von 36 Kilometern eine Stadt namens Carrion de los Gondas. Ich habe mich heute getrieben, bis hierhin zu kommen, denn es ist die Mitte. Ich bin jetzt in der Stadt, die beinahe exakt zwischen Saint-Jean-Pied-de-Port und Santiago liegt. 400 Kilometer sind es bis hier. Am Ortseingang kommen mir die Tränen. Ich habe es aus eigener Kraft und mit nichts als meinen eigenen Füßen bis hierher geschafft. Zur Feier des Tages gebe ich ihnen Namen. Also meinen Füßen. Der linke heißt jetzt Schnabel, weil er ihn hält, sich selten beschwert oder einfach taub ist. Der rechte heißt José, weil die Spanier, ähnlich wie die Italiener, für mich das Klischee des vielen Redens haben. Außerdem fragt mein José ununterbrochen, was mir eigentlich einfällt, ihn so zu behandeln. Schnabel und José bringen mich in die Stadt und ich frage nach Herbergen. Eine Spanierin empfiehlt mir eine Herberge und meine Füße freuen sich auf ein Bett. In der Herberge stehen lauter Damen mit Nonnengewändern ganz in Weiß. Und als ich frage, was das hier sei, gibt man mir freundlich und bereitwillig die Auskunft, dass hier ein Augustinerorden ansässig sei. Ich drehe mich um und da stehen drei von ihnen grinsend mit Gitarren und warten, dass ich Platz mache für ihre Hocker. Ich trete beiseite und warte gegen den Willen von Schnabel und José ab, was hier gesungen wird. Pünktlich zur Mitte des Weges singen diese Engelsstimmen ihr Lieder-Repertoire und bereiten mir zur Freude ein unverhofftes Berg fest. Injektionen aus Mut, Zuversicht und Hoffnungen werden in meinen Körper gejagt und der Einstich tut noch nicht einmal weh, wenn man mal Schnabel und José ignoriert. In mir kommt purer Frieden auf mit diesen zwanzig weiteren hier sitzenden Pilgern aus aller Welt, die alle etwas verbindet. Gut sehen sie alle aus. Nachdem alle Lieder abgespielt sind, gehe ich duschen und muss wieder an das Kölner Ehepaar denken und die Tränen, die der Gattin in den Augen standen. Ich war damals neidisch auf diese Tränen, denn sie waren so hart erkämpft. Jetzt weiß ich, dass der Neid berechtigt war, denn solche Tränen vergießt man nicht einfach so. Ich gehe in die Stadt etwas essen und als ich wiederkomme, haben die Augustiner-Nonnen schon die nächste Überraschung bereit. Ich stecke meine Nase durch die Tür und die Nonne, die höchstens einmal meinen Namen gehört hat, sagt leise und warm, komm rein Jonas. Es folgt ein etwas gewöhnungsbedürftiger Teil über Farben und Gefühle und dann gibt sie jedem einen Stern aus Papier, der mit Buntstiften bemalt ist, und einen sogenannten Pilgersegen, den sie jedem persönlich ins Gesicht sagt und dabei mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn streicht. Ich bin schon etwas vom Kitsch verprellt und denke, dass so ein Segen für alle ja jetzt nicht so der Bringer sein kann. Sie kommt zu mir, malt mir, wie meine Oma früher, bevor ich schlafen ging, ein Kreuz auf die Stirn, nimmt mit beiden Händen meine Wangen und sagt, buena suerte, viel Glück. Sie lässt mich los und ich habe das Gefühl zu fliegen. Ich starre vor mich hin und denke, dass jetzt gar nichts mehr schief gehen kann, denn ich habe ja jetzt Glück auf meiner Seite, das hat die gerade gesagt. Und dabei fällt mir auf, dass etwas Positives in dem Gedanken liegt. Wenn ich einem der Südkoreaner, die ich hier getroffen habe, sage, dass ich Schauspieler bin, bekommen sie riesige Augen und machen Aaaaaah oder Ooooooh. Besonders Huhn ist sehr begeistert davon. Er kennt Goethe und Schiller, was wiederum mich begeistert, und er erklärt, dass er Literatur studiere, Kultur liebe und gern ins Theater gehe. Jetzt würde ich gern Aaaaaah oder Ooooooh machen, aber in meiner Kultur macht man bei sowas eher Aha. Wir reden über Kultur und wie wichtig es ist, sie weiterzuentwickeln und zu pflegen und dass das nur mit Menschen geht, die diese wertschätzen und respektieren und bereit sind, etwas dafür zu tun. Ich frage ihn, was er am Theater mag, und er sagt verschwörerisch zu mir herübergebeugt, The silence before it starts. Ein Taxi fährt vor und lädt ein paar altbekannte Gesichter aus. So Young und Sonny konnten nicht mehr laufen. Die Meseta mit ihrer sengenden Hitze verlangt ihre ersten Opfer. Sie berichten, dass Anna wegen ihres Knies ein paar Kilometer zurück in einer Alberge liegt. Jean-Claude hat auch ein Problem, allerdings mit der Achillesszene und bleibt vorerst zurück. Da zeigt es sich, das zeitliche Dorf auf dem Jakobsweg. Man weiß über jeden, wo er oder sie ist. Sobald der Weg beendet ist, wird es diese Zusammensetzung so nicht wieder geben. Beim Weitergehen begegne ich einem Italiener, der so ziemlich überall in den Beinen Schmerzen zu haben scheint und deswegen einfach langsam läuft, dafür keine Pausen macht und nach eigenen Angaben dadurch genauso schnell ist wie jeder andere. Mit italienischem Akzent erklärt er Nur in der Meseta wird man zum Mann. Aha. Tatsächlich ist er am Abend gleich weit gekommen wie ich. Marc und ich planen morgen gemeinsam mal wieder ein bisschen an unserem Limit zu arbeiten und die 44 Kilometer bis Leon an einem Tag zu machen. Während wir das besprechen, esse ich auf Judiths Empfehlung hin Lengua de Vaca, was sie nicht erklärt. Ich probiere und bin beeindruckt. Es schmeckt sehr lecker und ist überaus zart. Judith grinst hämisch. Als ich die Hälfte verputzt habe, gesteht sie, dass ich da gerade Kuhzunge esse. Jetzt wird jeder Bissen zur Qual, weil ich das Bild nicht aus meinem Kopf bekomme, auf einer fremden Zunge herumzukauen, so lecker sie auch sein möge. Früh stehe ich am nächsten Tag auf und laufe im Stockdunklen los. Der Neumond tut sein Übriges zur Orientierungslosigkeit. Ich verlaufe mich ein bisschen und muss quer über abgemähte Felder. Als die Sonne durch die klare Luft hinter mir aufgeht, sehe ich einen Schatten von mir selbst, der bis zum Horizont vor mir reicht. So klar ist die Luft hier. Ich mache viele Pausen, um Schnabel und Rosé nicht zu überlasten, wodurch ich oft auf den Italiener treffe. Bei der letzten Pause treffe ich Mark wieder. Wir sind beide fast am Ende unserer Kräfte. Es sind noch acht Kilometer, das heißt, wir sind bei 36. Bis wir da sind, wird es sieben Uhr abends sein. Mark erzählt, dass manche Leute regelmäßig Fünfziger-Etappen machen, dass das für die Römer früher mit ihrer 20-Kilo-Ausrüstung normal war. Ich akzeptiere diese Information und mache mich auf den letzten Abschnitt des Tages. Als Leon in Sichtweite kommt, machen wir Fotos und freuen uns wie kleine Kinder. Doch in dieser Stadt kommt der eigentlich gemeine Teil. Jetzt liegt unter den Füßen nur noch Thea. Und der Wunsch, einfach mal etwas weniger zu wiegen, wird auf die Schnelle nicht erfüllt. Es fühlt sich an, als ob die Knochen direkt und ungeschützt auf den Beton aufsetzen. Der Schmerz treibt mir die Tränen in die Augen und ich unterhalte mich im Geist etwas mit Schnabel und Rosé. Sage ihnen, dass sie morgen einen Tag Pause bekommen, wenn sie jetzt noch durchhalten, anstatt, wie sie ständig ankündigen, auseinanderzufallen. Ich beiße mir auf die Lippen und versuche, mich aus der Realität zu entfernen. Es klappt nicht. Der Schmerz ist einfach zu vordergründig. Schnabel und Rosé ziehen an meinem Geist und ich versuche, mit einem Lächeln zu antworten. Mache demonstrativ ein paar Tanzschritte und Luftsprünge, die den Schmerz zwar immer lauter, aber dafür auch immer lustiger werden lassen. Als ich endlich die Alberge vor mir habe, komme ich mir irre vor. Denn in meinem Kopf spielt sich fast reiner Wahnsinn ab, der sich aus Schmerz und Entzückung zusammensetzt. Ich hole mir meinen Stempel ab und platze fast vor Stolz. 44 Kilometer an einem Tag. Ich gehe mit Marc in eine Bar, was ohne Rucksack leichter ist, trotzdem wählen wir die nächste Bar, die wir finden können. Wir bestellen uns Pacharan, ein spanisches Schnapsgetränk und stoßen auf diesen Erfolg gegen die eigenen Schmerzen an. Das Gefühl liegt wieder irgendwo zwischen Rausch und dem Wunsch nach einem Sauerstoffzelt. Wieder in der Alberge betrete ich schockiert den Schlafsaal. Es gibt ungefähr 30 Stockbetten in einem Raum, in den nicht ein einziges Bett zusätzlich reinpassen würde. Außerdem nicht mehr als ein kleines Miniaturfenster, das lediglich eine Kippfunktion hat. Zwei Ventilatoren halten die letzten beiden Sauerstoffmoleküle in Bewegung. Ich durchstoße die Luft auf dem Weg zu einem freien Bett und lege für den Abend alles bereit, damit ich mich später hier so wenig wie möglich bewegen muss. Marc trifft später zwar die konsequentere Entscheidung, nämlich draußen zu schlafen, aber da es die Nacht durchregnet, schläft er noch schlechter als wir in dieser Gebrauchtluft. Um halb neun abends ruft eine Nonne alle zusammen zur Pilgermesse. Die Pilger gehorchen. In der Kirche direkt neben dem Kloster, in dem wir schlafen, warten auf uns hauptsächlich ältere und gebrechliche Nonnen, die krumm in ihren Kirchenbänken sitzen und mit gesenkten Köpfen für die Pilger singen und beten. Einige Krücken sind an die Bänke gelehnt und manche halten sich gegenseitig aufrecht. Ich entwickle mit Entsetzen den Verdacht, dass die bestimmt alle schon mal den Jakobsweg gemacht haben und deswegen so gebrechlich sind. Dann liest eine Schwester eine Liste der Länder vor, aus denen sich am heutigen Tag Pilger zum Schlafen angemeldet haben. Sie beginnt mit Australien und wandert dann über verschiedene Länder Asiens, Afrikas, Südamerikas, Nordamerikas bis hin zu so ziemlich allen Ländern Europas. Schon wieder erwischt mich dieses Gefühl von Gemeinsamkeit und die Stelle gerührt fest, dass selbst mit den ganzen Kulturunterschieden doch etwas entstehen kann, das einen auf dem Jakobsweg vereint. Uns alle verbindet die Suche. Ich blicke hinter mich und sehe in den überfüllten Bänken lauter funkelnde und neugierige Augen, die von etwas angetrieben werden, das außerhalb von ihnen selbst ist. Ich halte das Versprechen an Schnabel und Rosé und bleibe einen Tag in Leon. Allerdings wechsle ich die Unterkunft. In der Neuen kommt dann am Abend auch Jean-Claude an, außerdem Judith, die erneut Bettwansen zerstochene Olga, der mittlerweile ebenfalls Bettwansen zerstochene Hun mit den anderen Südkoreanerinnen, der Ungar Balasch und ein paar weitere, die ich bis hierher kennenlernen konnte. Ein Dorftreffen an einem zufälligen Ort. Am zweiten Tag bin ich rastlos. Mir fällt das Warten schwer und im Moment warte ich darauf, morgen wieder losgehen zu können. Es ist schon verrückt. Gestern wäre ich beinahe auseinandergeflogen und heute scharre ich schon wieder mit den Füßen. Vielleicht hat es doch etwas von einer Sucht. Vielleicht habe ich mir auch den falschen Ort für einen Tag Pause ausgesucht. Ich kann mit Wiesen, Bäumen, Flüssen und weiten Feldern mehr anfangen als mit Thea, Häusern, Bars, Cafés und Autos. Was mir da hauptsächlich leicht fällt, ist Neurosen zu basteln. Jean-Claude sagt, er werde einen weiteren Tag in Leon bleiben. Da er mit seiner Achillessehne wohl zurückbleiben wird, verabschieden wir uns wehmütig und versichern uns, eine große Freude am Kennenlernen gehabt zu haben, tauschen unsere Nummern und E-Mails aus und wünschen uns zum Schlafen gehen Buen Camino pour la vie. Einen schönen Lebensweg. Und er gibt mir noch einen letzten Spruch mit auf den Weg. On croix, qu'on prend le chemin et c'est le chemin qui vous prend. Man denkt, man nimmt den Weg und es ist der Weg, der einen nimmt. Am nächsten Tag geht es endlich weiter. Ich erzähle Judith von den Namen für meine Füße, erkläre ihr, was Schnabel bedeutet und sie sagt, das spanische Wort dafür sei Pico. Da ist Spitzname Nummer eins. Der spanische Spitzname für José ist Pepe. Also wird aus zwei so unterschiedlichen Namen wie Schnabel und José das dann doch recht ähnliche Geschwisterpaar Pepe und Pico. Die beiden bringen mich noch zur Verzweiflung, aber jetzt habe ich sie verniedlicht. Das nimmt ihnen bestimmt ein wenig Durchsetzungsvermögen. Es gibt ein hohes Gericht hier in Spanien, das Verurteilten die Wahl lässt, ob sie lieber ins Gefängnis gehen möchten oder den Jakobsweg bis zum Ende laufen. Natürlich mit einem Wachschutz, der seinerseits allerdings nicht redet. Und mit allem, was man hier innerlich und äußerlich durchmacht, kann ich nach 21 Tagen überzeugt und sogar ein kleines bisschen empört über die Seltenheit solcher Ideen sagen, dass mir das sehr sinnvoll erscheint. Wahrscheinlich sogar wirksamer als Gefängnis. Definitiv jedoch passiert mit dem Verurteilten das, was die Strafe produzieren soll. Eine Auseinandersetzung. Hier in El Gansu schnarcht ausnahmsweise keiner, was mich allerdings genau heute einmal nicht gestört hätte, weil ich mir mit Orujo con Miel, einem Schnaps mit Honig, ein wenig das Gehirn vernebelt habe. Judith blickte mich ebenfalls irgendwann nicht mehr so richtig an, weil sie durch den Schnaps Schwierigkeiten hatte, etwas mit ihren Augen zu fixieren. Dadurch war immer so ein bisschen der Punkt hinter einem gemeint. Ich spiele kurz mit der Idee, einfach mal nachts loszulaufen, aber ich traue da meinem Geurteilsvermögen nicht ausreichend, wenn ich angetrunken bin. Also nehme ich den kürzeren Weg, nämlich den ins Bett. Judith und ich kommen eines Tages auf unsere Zeit in Amerika zu sprechen. Sie war drei Jahre dort, ich zehn Monate. An ihrer Schule hat die Rektorin jeden Morgen The Pledge vorgelesen. Judith ahmt ihren Ton nach, mit tiefer gedrückter Stimme und ein wenig Feierlichkeit in der Betonung. Dann endete die Rektorin mit den guten Wünschen für den Tag. Wir überlegen uns, was passieren würde, wenn sie plötzlich Humor beim Lesen hätte und diese Pledge zum ersten Mal in die Hand bekommt, außerdem weiß, in welchem Land sie da wohnt. Hey, students, good morning to all of you. I found something here that I'm supposed to read to you. Seriously, check it out. It's the Pledge. You're gonna love this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the... Republic. Republic, can you believe that? For which it stands. One nation, under God, indivisible, with liberty, liberty and justice for... Oh, this is too much. For all... Have a great day, folks. Leider wird so etwas nicht stattfinden. Jetzt liegt vor mir Cruz Fiero. Dieses Gipfelkreuz ist umgeben von einem riesigen Haufen Steine. Der Brauch ist, einen Stein auf seinem Weg mitzunehmen, der eine Last symbolisiert. Da liegen 1000 Jahre zurückgelassener Menschensorgen vor mir in Form eines 5 Meter hohen Steinhaufens. Außen herum sitzen etwas ratlos einige Pilger und scheinen auf einen einsamen Moment zu warten, um ihren Stein loszuwerden. Der kommt allerdings nicht, weil alle warten. Ich steige hinauf und lege meine Steine dazu, einen für meine Mutter, einen für meinen Vater, einen für meinen Bruder und klettere auf der anderen Seite wieder herunter. Ich finde zwar eigentlich, dass das ein schönes Ritual ist, aber es ist schon wieder ein schweigsames. Wie dem auch sei. Jetzt bleibt mir noch ein Stein, der für meine Mutter steht. Ich habe nämlich auch gehört, dass man einen Stein mitnehmen kann, der einen Wunsch symbolisiert. Ein paar Kilometer weiter, nachdem ich einen hinkenden Pilger überhole, kommen mir verstärkt Zweifel am Jakobsweg. Wozu dieser ganze Mist? Aufstehen, Laufen, Stadt sehen, Leute treffen, Essen, Schlafen. Jeden Tag. Und jetzt beginnt es auch noch wirklich überfüllt zu werden. Und immer zahlreicher werden diejenigen, die die schnellsten sein wollen. Ich male mir schon aus, abzubrechen, überlege mir, wie ich meine Rückfahrt gestalte und wie ich mich von allen verabschiede. Ich bin schon nah dran, Abschiedstränen zu vergießen, als ein zimtig fruchtiger Geruch in meine Nase dringt. Ich suche nach der Quelle und stoße auf einen klebrigen Überzug, der hier an allen Sträuchern zu finden ist. Ich breche mir einen Zweig ab und halte ihn mir unter die Nase. Und schon ertappe ich mich dabei, wie ich überglücklich am Wegrand liege und den Geruch einer Pflanze genieße. Meine Abbruchlaune ist wie verflogen und ich denke mir, dass es sich allein für solche kleinen Überraschungen lohnt, jeden einzelnen weiteren Meter zu gehen. Ganz egal, wie viele Pilger mir das erschweren, da muss ich eben durch. Ich komme an einer Schafherde vorbei und mache Hinter mir springt Anna vor Schreck in die Büsche. Sie dachte, ein Widder würde sie gleich anfallen. Die nächste Stadt, in der ich auch übernachte, trägt den Namen Molina Seca, den ich mir wegen der lustigen Aussprache sofort aufschreibe. Molina Seca. Die Französin Livia mit der Tätowierung am Oberarm läuft plötzlich neben mir. Mit ihr gehe ich gemeinsam weiter und durch das Örtchen Cacabellos. Wir albern herum, wie wohl jemand darauf kommt, eine Stadt so zu nennen. Wahrscheinlich war die Stadt schon immer schön, hatte aber früher ein Problem mit der Kanalisation. Die Schönheit und der Gestank ergaben Cacabellos. Wir beschließen, bald einen Reiseführer erscheinen zu lassen, in dem ausschließlich erfundene Geschichten festgehalten sind, die den Jakobsweg und seine Sehenswürdigkeiten erklären. Livia ist selbst Pferdezüchterin und hatte mit ihren 25 Jahren schon eine eigene Pferdeschule in der Schweiz eröffnet. Jetzt will sie bis Finisterre laufen und dann weiter bis Gibraltar. Von dort aus will sie ein Pferd nehmen und auf diesem in die französische Schweiz zurückreiten. Sie ist sehr unsicher mit diesem Plan, widerspricht sich ständig selbst. Jetzt im Nachhinein kann ich dank Facebook die Mitteilung machen, dass diese Dame in Finisterre ihre Liebe gefunden hat, dort eine Weile geblieben ist und mittlerweile wieder zurück in der französischen Schweiz ist. Sie war weder in Gibraltar noch mit einem Pferd unterwegs. Dafür scheint sie glücklich. In der nächsten Stadt sind alle Herbergen completo, wie es immer herzerwärmend heißt. Wir hoffen auf ein Notlager, das immer erst dann aufmacht, wenn jedes vermietbare Bett der Stadt belegt ist und essen in der Zwischenzeit. Anna, die nach uns kam, bekommt allerdings noch ein Bett. Wir fragen, wie sie das gemacht hat und sie erklärt, dass sie bei todo completo einfach ein hinreichend opferhaftes Aussehen präsentiert hat. Daraufhin hieß es plötzlich, es finde sich bestimmt noch etwas. Ich glaube, Anna hat sich mit diesem Gesicht mehrfach ihr Schlaflager gesichert. Endlich öffnet das Notlager und wir gehen rein. Es gibt hier vier Schlafräume, die origineller und ironischerweise die Namen Ritz, Hilton, Luxor und Palace tragen. In dieser Nacht werde ich gezwungen, ein wenig über das Schnarchen nachzudenken. Also manche Schnarchgeräusche klingen wirklich, als ob da jemand aktiv seine eigene Luftröhre abdrückt, damit es der Atemreflex so schwer wie möglich hat, Luft einzusaugen. Plötzlich verstehe ich getrennte Ehebetten und schlaflose Frauen. Solche tief frequentierten Grundgeräusche, Entschuldigung, aber das kann man doch nicht mehr Atmen nennen. Ich wache ein wenig gerädert wieder auf und stelle fest, dass ich tatsächlich irgendwie eingeschlafen bin. Trotz Motorengeräuschen aus Luftröhren anderer Menschen. 800 Meter über uns liegt der Gipfel Ocebrero, wo es nur genau eine Alberge und keine Möglichkeit der Reservierung gibt. Also laufe ich extrem früh und im Dunkeln los. Der Anstieg ist wirklich steil und überall machen Pilger Pausen und stehen betont nicht außer Atem am Wegrand und genießen die Aussicht. Ein älterer Herr, der mit seinem Sohn gerade die Aussicht genießt, holt mich begeistert zu sich heran und legt mir nahe, diese Aussicht doch mal zu betrachten. Ich betrachte, stimme ihm etwas emotionslos zu und will gerade weitergehen, als er mich nervös fragt, wie viele Tagesetappen ich schon hinter mir habe. Ich überlege kurz und sage dann fröhlich 24. Sein Gesicht fällt in die Aussicht und er fragt mich, ob das die Wahrheit sei. Ich nicke und schaue rüber zu Livia, die schon länger unterwegs ist. Ich frage sie, wie viele Tage sie schon hat. Sie nennt die stolze Zahl 58 und ich beobachte belustigt, wie der fidele Herr nach einer Reaktion sucht, die die auf die 24 angemessen überbietet. Ein erstaunter Stöhner entfährt ihm und ich frage zurück, die wievielte Etappe er denn gerade geht. Sein total lässig danebenstehender Sohn antwortet für seinen beschämten Vater, hebt den Zeigefinger und sagt, Oh no! Der Vater selbst blickt aber wieder betont in die Aussicht, also verabschiede ich mich und gehe weiter den Berg hinauf. Die Steigung scheint manche Pilger nicht dazu zu verleiten, ihre Kräfte einzuteilen. Sie rennen beinahe an mir vorbei und machen dabei Schnaufgeräusche, die ich in etwa mit den Schnarchgeräuschen der letzten Nacht vergleichen kann. Zehn Minuten später stehen dieselben Personen dann immer noch schnaufend am Wegrand und fragen nach Wasser, was ich gern biete. Aber was bringt es schon, diesen Leuten zu erklären, dass das hier kein Wettrennen ist? Deren Gegner sind sie selbst. Ich bekomme tatsächlich noch ein Bett auf dem Ocebrero. Keine 15 Minuten später kommt Anna. Als sie nach einem Bett fragt, heißt es completo. Wir sind voll. Aber das ist für Anna kein Problem. Sie setzt ihr Leidensgesicht auf und schon fällt der netten Dame hinterm Tresen plötzlich noch eines ein. Wir albern ein wenig durch das Gipfeldörfchen, bewundern die tolle Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen und lassen uns von Judith erklären, dass in Spanien der Mond weiblich, die Sonne männlich ist und außerdem offizielle Namen haben. Der Mond heißt Catalina, die Sonne Lorenzo. Meine Füße Pepe und Pico freuen sich über neue Bekannte. Am nächsten Tag stehen fast alle Pilger pünktlich um 5.30 Uhr auf. Es gibt ein Wettrennen um Waschbecken, Duschen und das nächste Bett des Abends. Als ich aus der Herberge trete, will ich am liebsten hier bleiben. Es sind gefühlte zwei Grad. Beim Gehen merke ich dann aber, dass das hier wie bei den Pinguinen ist. Bei so vielen um einen herum wärmt einen die kuschelnde Masse, was wirklich nur leicht übertrieben ist. Ich beschließe, durch diesen Teil bis Santiago so schnell wie möglich durchzulaufen. Die Spanierin Judith reserviert uns im Voraus herbergen im 40-Kilometer-Takt, möglichst mit kleinen Zimmern, um nicht mehr dieser Massentierhaltung ausgesetzt zu sein. Ein Spanier erklärt mir, was hier vor sich geht. Diese Flut an Pilgern komme daher, dass der Papst kurz darauf in Madrid sei. Da wolle jeder spanische Christ noch einmal schnell seine Sünden reinwaschen, bevor er dem Papa gegenübersteht. Und dafür braucht man nur die letzten 100 Kilometer. Am Nachmittag nehmen wir, das heißt Judith, Anna, Livia und ich, eine Wegalternative, weil sie interessant aussieht und wir damit der Masse aus dem Weg gehen. Da stoßen wir am Wegrand auf ein kleines Häuschen. Wir betreten es und werden von einem höchst britischen Ex-Pilger empfangen, der hier seine eigene kleine Kapelle aus ein paar alten Mauern errichtet hat. Er verkauft uns selbst gemalte Aquarellpostkarten und fragt uns kurz vor dem Aufbruch, ob er für uns beten dürfe. Wir nicken unsicher und er beruhigt uns, dass es nichts Besonderes sei, nur ein Gebet. Wir stehen etwas bedröppelt im Kreis, er senkt den Kopf, verschränkt die Hände und beginnt mit geschlossenen Augen dafür zu danken, was ihm da wieder für nette Leute ins Haus gekommen seien. Er sagt, dass Jesus unseren weiteren Weg segnen und beschützen solle und bittet, dass wir, die hier vor ihm stehen, niemals vergessen sollen, dass Jesus uns liebt und er solle uns mit reichlich Segen ausstatten. Er öffnet die Augen, dankt uns, geht wieder in sein kleines Gärtchen und wir weiter unseres Weges. Schweigend. Uns allen steht ein wenig das Wasser in den Augen. Der meinte das wirklich ernst. So etwas bekommt man nicht oft im Leben. Und wie nach dem Pilgersegen der Nonne in Carion de los Condes bei der Mitte des Weges, habe ich das Gefühl, dass nichts schief gehen kann. Mit einem Mal bin ich in Saria angekommen und habe mal eben 41 Kilometer hinter mir gelassen. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Noch etwas weiter, in Porto Marín, treffe ich auf zwei für mich neue Pilger, sie heißen Julien und Dominique. Julien hat bereits eine 60 Kilometer Etappe hinter sich und sieht aus, als sei er 15. Er gibt an, 29 zu sein und ich frage ihn nach seinen Beweggründen für den Weg. Was ich übrigens in diesem Zusammenhang für eine herrliche Formulierung halte. Beweggründe für den Weg. Warum er hier auf dem Weg ist, kann er nicht sagen. Vielleicht könne er das in vier Jahren, aber im Moment fragt er sich nicht warum, sondern warum nicht. Seit vier Jahren plant er den Jakobsweg zu gehen. Er hat Job und Wohnung aufgegeben und alles verkauft, was er hatte, bevor er loslief. Kaum eine Woche auf dem Weg hat er all das eingelöste Geld verloren. Also blieben ihm nur noch seine Füße und seine Schuhe. Etwas niedergeschlagen fügt er hinzu and my backpack. Dann hat er Dominique getroffen. That's the way, man, sagt er. Aber da er eigentlich eh ohne Geld losziehen wollte, hat er es auch deswegen verloren, meint er. That's the way, man. Julian, auch er ist der Meinung, die Füße können mehr als sie denken und ich gebe das innerlich kurz weiter an Pepe und Pico. Pico hält den Schnabel und Pepe möchte gerade anfangen, sich zu beschweren, aber Julien unterbricht ihn und erzählt eine Geschichte von Flöhen, die in einem Eimer gehalten werden. Sie können heraushüpfen, aber legt man eine Glasscheibe darüber, lernen sie irgendwann nicht mehr dagegen zu hüpfen. Nimmt man dann die Glasscheibe weg, bleiben die Flöhe im Eimer, obwohl jeder einzelne raushüpfen könnte. So sieht er das Leben. Man muss immer versuchen, ob man nicht doch noch ein bisschen weiter oder höher hüpfen könnte. Das bringt ihn auch zu dem Entschluss, dass dieser Teil kurz vor Santiago mit den ganzen Scheinpilgern sofort zu beenden ist. Das heißt, er wird morgen die verbliebenen 70 Kilometer bis zum Ziel einfach in einem Rutsch machen. Ja, klar. Seine neu gefundene Dominique kommt auch mit. Ohne ihn hätte sie das bestimmt nie versucht, sagt sie. That's the way, man. Am Abend überlege ich, ob ich da mitmachen sollte. 70 Kilometer. Aber da fällt mir der Pilger ein, der nach dem dritten Tag gestorben ist. Ja, gut, man muss ja nicht alles mitmachen. Ich komme jetzt mit jedem Schritt näher an Santiago heran. Vorher eigentlich auch, aber jetzt beginne ich eine Art Countdown und ich kann Pilger wie Marc gut verstehen, die sich vornehmen, jetzt nicht mehr so viele Kilometer am Tag zu laufen. Man lernt den Weg nämlich auch lieben. Ein junger Mann sitzt mit seinem Rucksack an einem Baum in der Sonne und jubelt mir im Vorbeigehen auf Deutsch zu. Hey, ich wünsche dir alles Gute, genieß den Weg, ja, aber bleib nicht drauf hängen, so wie ich. Ich treffe Livia wieder und sage, es sind nur noch 40 Kilometer bis Santiago. Sie lächelt erfreut, nickt und lässt dann je das Gesicht fallen, blickt geschockt zu Boden und murmelt, oh my God. Nach so langer Zeit des Wanderns auf ein Ziel hin, ist es gar nicht so leicht zu akzeptieren, dass man es erreicht hat. Das ist nicht nur schön, das ist auch irgendwie scheiße. Die letzte Etappe läuft jeder für sich. Als ich frühmorgens aus Arthua heraustrete, ist es stockdunkel. Man kommt aus der Stadt heraus in einen dichten, dunklen Wald und ich habe kein Licht. Kurz überlege ich, was ich jetzt tun sollte, aber vor und hinter mir laufen einige andere Pilger mit Stirnlampen, sodass ich immer genug Licht abbekomme, um nicht gegen etwas zu laufen oder in ein Loch zu fallen. Manchmal muss ich mich mit den Füßen Stück für Stück vorantasten, weil niemand in der Nähe ist, aber insgesamt ist es ein fantastisches Gefühl, im Dunkeln zu tappen. Als ich aus dem Wald komme, erwartet mich eine gerade den Horizont kitzelnde Sonne. Über nebelverhangenen Feldern und Hügeln geht Lorenzo auf. Ich danke Pepe und Pico für diesen Ort und freue mich, darüber dem Kitsch noch eins draufgesetzt haben zu können. Mit Lorenzo im Rücken komme ich an einen Bach, der zehn Kilometer vor Santiago eine Gabelung aufweist, an der sich früher die Pilger zum letzten Mal waschen konnten, um sauber in Santiago einlaufen zu können, was wohl nur selten erfolgreich war. Eine Gruppe Papstjünger sitzt da, singt und spielt Gitarre. Gerade als ich sie passiere, beginnen sie eine Schweigeminute, also bleibe ich stehen und beobachte ein wenig die zwei Bäche, die hier zu einem zusammenfließen. Da geht die Messe jedoch schon weiter und ich auch. Ich gehe bis kurz vor Santiago. Von Monte de Gozo aus kann man das Pilgerziel sehen. Innerlich habe ich schon beschlossen, bis Finistere weiterzulaufen. Santiago ist nicht mein Ziel. Es ist das religiöse Ziel und das werde ich mir betrachten. Immerhin kommen Menschen seit mehr als 1000 Jahren dahin, aber man kann ja noch weitergehen. Ich gehe zur Rezeption der Alberge, wo auch Judith und Anna auf ein Bett warten. Plötzlich ruft eine Kinderstimme hinter uns mit ausgebreiteten Armen Mama und läuft auf Judith zu. Judith schmeißt ihren Rucksack im hohen Bogen von sich und kreischt ihrer Tochter entgegen, lässt sich zu ihr auf die Knie und drückt sie so fest an sich, als ob sie sich nicht sicher war, ob das jemals wieder geschehen würde. Es ist eine rührende Szene, abgesehen davon, dass Judiths Kreischen dazu führt, dass ein paar der herumstehenden Leute angestrengt das Gesicht verziehen. Judith steht wieder auf und hält sich die Knie, die beim Hinknien wohl ein wenig gemeckert haben. Sie blickt um sich und entschuldigt sich sogar noch für ihr Kreischen. Ich wünschte wirklich, die anderen würden sich dafür entschuldigen, dass sie so blöd geguckt haben. Das ist grausam und macht dieser begeisterten Mutter ein schlechtes Gewissen. Zusätzlich wissen sie das noch nicht mal, was sie da anrichten. Judiths Tochter kümmert das zum Glück noch nicht. Sie wird die letzten fünf Kilometer bis Santiago mitlaufen. Ich hole mir noch mal eine ordentliche Mütze Schlaf und gehe am nächsten Morgen wieder früh los, was mir einen fast leeren Kathedralsplatz beschert, auf dem nur eine kleine Gruppe junger Leute steht, die, gerade als ich um die Ecke biege, erfolgreich ein Foto hinter sich gebracht zu haben scheint und jetzt laut losjubelt. Allein weil es so schön ist, beziehe ich das Jubeln auf mich und winke zurück. Dann setze ich mich in die Mitte des Platzes und blicke auf die Kathedrale, hinter der langsam die Sonne aufgeht. Da haben sich die Architekten wirklich was einfallen lassen. Die Sonne kommt wirklich genau hinter der Jakobsfigur hoch und sie erhält einen Heiligenschein mit Namen Lorenzo. So langsam kommen auch andere Pilger und setzen sich dazu. Livia, Judith mit ihrer Tochter, Anna und wer sonst noch so an diesem Morgen einläuft. Alle haben leere Gesichter. Ich kann auch nicht so ganz fassen, hier gerade auf dem Knotenpunkt aller Pilger in Europa zu sitzen. Die Stadt ist noch nicht aufgewacht und eine angenehme Stille hüllt uns ein. Ich muss an Huhn denken und die Stille im Theater, bevor es losgeht. Ich stehe auf und juble aus voller Brust der Kathedrale entgegen. Livia und Judith, schließlich auch andere Pilger, stimmen in das unkoordinierte Geschrei mit ein und wir fallen uns alle in die Arme, beglückwünschen uns und heben uns gegenseitig in die Höhe. Und genauso schnell erstirbt die Situation wieder und alle setzen sich. Vorhang zu. Wir beschließen mit der Urkunde des Jakobswegs in der Hand, gemeinsam frühstücken zu gehen. Croissants und Kakao genießen, stelle ich fest, dass auch hier, wie in fast jeder Kneipe Spaniens, ein Fernseher mit hoher Lautstärke vor sich hinläuft. Ich will gerade in mein Croissant beißen, da beschwert sich Judith plötzlich, dass im Fernsehen nur von Tod und Krankenhaus die Rede ist. Wir blicken auf den Bildschirm. Ein Mann rennt um einen Stier herum und schafft es nicht rechtzeitig zu fliehen. Er wird von den Hörnern des Stiers erfasst und von ihm durch die Luft gewirbelt. Der Kopf des Stiers macht schnelle Bewegungen hoch und runter, die den mittlerweile chancenlosen und leblos wirkenden Körper über ihm in groteske Formen zwingt. Das geht endlose zehn Sekunden so, bis der Stier ihn fallen lässt und sich abdreht. Drei Männer eilen zu dem, was von dem Mann übrig ist und ziehen ihn in Sicherheit. Sie erschrecken, denn sie halten seinen Körper in Positionen, die nicht möglich waren, bevor der Stier am Werk war. Schnitt. Ein Mann rennt von einem Stier weg, erkennt, dass er zu langsam ist, dreht sich um und lässt sich mit zum Schutz vorgestreckten Armen auf den Boden fallen. Der Stier fährt mit seinen Hörnern unter seinen Körper und dasselbe Gemetzel mit Auf und Ab auf den Hörnern beginnt. Schnitt ins Studio. Ich komme zu mir und bemerke, dass das Croissant immer noch vor meinem Mund, der Mund immer noch in Bissbereitschaft ist. Judith auf der anderen Seite blickt starr an mir vorbei. Livia hält den Löffel, mit dem sie ein Argument untermalen wollte, immer noch vor sich und lässt ihn jetzt langsam sinken. Im Studio des Fernsehsenders verabschieden sich zwei lächelnde Moderatoren von den Zuschauern für ziemlich genau fünf Sekunden. Schnitt. Eine Werbung für ein Babyshampoo. Schnitt. Das Gesicht einer weinenden Frau, die schließlich im Bikini gezeigt wird, wo ihr Bindegewebe durch Schwabbeln getestet wird. Ich blicke in die Gesichter meiner Pilgerfreunde. Alle schweigen. Und ich spüre, wie der Hass gegen das Fernsehen in mir aufsteigt. Wie die abstumpfende Wirkung dieser Bilder absolut nicht im Geringsten aufgefangen wird. Wie der Zuschauer alleingelassen wird mit seinen Gefühlen, ihm dadurch im Stillen naheliegend am besten keine zu haben. Und eine andere Abneigung steigt gegen meine Konsumsucht. Dagegen, dass ich nicht wegsehen konnte. Ich verlasse Santiago und möchte weiter bis ans Ende der Welt. Ich will, dass es nicht weitergeht. Ich will den Stein für meine Mutter ins Wasser am Ende der Welt schmeißen. Ich will mein geliebtes Meer vor den Füßen sehen und sagen können, jetzt ist Tutti. Ich gehe los. Jetzt sind die schlimmsten Kurzzeitpilger und der größte Teil der Masse weg. Es kann wieder gemütlich gegangen werden. Durch Eukalyptuswälder, vorbei an mitten auf dem Weg schlafenden Pilgern und der in einer Farnpflanze sitzenden Nathalie. Nach dem Essen ist Livia von nur einem Getränk so betrunken, dass sie auf dem Weg zu ihrem Hochbett immer zwei Schritte vor und einen zurück macht. Wir lachen, bis Schlafstimmung herrscht. Pepe und Pico, vor allem Pepe, halten mir nochmal einen Vortrag über all die Anstrengungen, die sie für mich in den letzten Wochen auf sich genommen haben. Ich höre geduldig zu und glaube ihnen. Nachdem mir in Santiago all meine Sünden von offizieller Seite vergeben wurden, fluche ich am nächsten Tag genüsslich vor mich hin. Schnauze meine Füße an, sie sollen ihre verfickten Fressen halten und mich zum Scheiß-Cup bringen. Wenn nötig schieben, ihr Scheiß-Drecks-Fuß-Wichser. Mein seit gestern Vormittag leeres Konto der Unartigkeit füllt sich wieder ein kleines bisschen und das tut verdammt nochmal scheiße gut. Morgen ist der Tag, vor dem ich am meisten Angst habe. Der letzte. Mir kommt wieder das Bild über den Todesweg meiner Mutter in den Kopf. Was ist das für ein Gefühl? Der Pilger in mir wird morgen einfach tot sein. Jetzt passiert alles zum letzten Mal. Bald ist es vorbei. Es hat auch etwas Erlösendes und etwas Beklemmendes. Der letzte Tag. Zum Abrunden dieser Reise erlebe ich den für mich härtesten Teil. Ungefähr zwölf Kilometer vor der Stadt Finistere fängt es an zu regnen wie aus Gießkannen. Da ich mittlerweile auch noch an meinem geliebten Meer angekommen war, kam auch noch ein frischer Wind dazu. Ich hatte für Regen nicht wirklich vorgesorgt. Bis hierhin war das auch nicht nötig, aber jetzt ist mir außer dem hervorragenden Schutz für meinen Rucksack, was das Wichtigste ist, sonst saugt er sich voll und wird immer schwerer, nichts hilfreich. Eine kurze Hose und ein nach kurzer Zeit wie alles andere völlig durchdrängtes T-Shirt, das immer wieder vom Wind mit seiner Kälte gegen meinen Bauch gedrückt wird. Meine Hände sind irgendwie gefühllos, sie greifen einfach zu in der Annahme, da sei noch ein Wanderstab. Zweieinhalb Stunden gehe ich durch strömenden Regen. Die lustigen Farben, die meine Hände von sich geben, gehen auch ins Blau, was mit dem Meer vergleichbar wäre, sähe es nicht so grau aus. Meine Schuhe sind mittlerweile ein Planschbecken für Pepe und Pico, die sich darüber allerdings auch nicht so richtig freuen. Ich spiele mit dem Gedanken, das T-Shirt auch auszuziehen, damit wenigstens nicht bei jedem Windstoß dieser nasse Lappen meine Haut kühlt. Aber ich lasse es. Ich kann jetzt förmlich wahrnehmen, wie meine Abwehrkräfte versuchen, sich gegen dieses Wetter zu wehren, dem sich ein westlicher Mensch des 21. Jahrhunderts sonst nur selten für länger als 5 Minuten aussetzen muss. Jetzt sind es noch 8 Kilometer. In windstillen Momenten kann ich sogar brauchbare Gedanken dazu finden, wie, dass meine Mutter ihre Abschiedstränen vergießt, weil ich ihr für lange Zeit nicht mehr so nah sein werde. Ich lache entgegenkommende Pilger beinahe an und bringe alles an Ermutigung auf, um ihnen durch dieses Wetter zu helfen. Buen Camino! Das Gegenteil von Zynismus, sozusagen. Kurz vor Finisterre rutscht ein Kerl vor mir neben seiner Frau einfach weg und landet hart auf dem nassen Stein. Seine Frau, der offensichtlich dasselbe durch den Kopf geht wie mir, streckt ihre Arme nach ihm aus und macht Es ist schon bitter. An die 1000 Kilometer und dann haut es einen am Zielort auf die Schnauze. Gott sei Dank ist ihm nicht viel passiert. Er steht auf, schüttelt sein Handgelenk ein wenig und beteuert seiner Frau und mir, dass es ihm gut gehe. Endlich komme ich bibbernd und frierend an der Herberge an. Ich frage den Hospitalero, ob es eine Dusche gibt, die er mir grinsend zeigt. Ich lege Rucksack und Schuhe ab und gehe mit Klamotten unter die Dusche. Für ungefähr 5 Minuten bitte ich meinen Körper, meine Hände wieder freizugeben. Ich bin doch in Sicherheit jetzt. Ich wechsle zwischen warmem und kaltem Wasser hin und her und nach ungefähr 10 Minuten setzt der Horror ein. Wenn einem eine Gliedmaße einschläft, kribbelt es unangenehm, wenn sie wieder aufwacht. Wenn 4 Gliedmaßen taub waren und wieder zu sich kommen, könnte man den Vergleich ziehen, jemand bestücke eine Keule über und über mit Nadeln und dann haut er mit voller Wucht auf jede Stelle des Körpers gleichzeitig. Ich lache, weine, freue mich und verfluche gleichzeitig jeden einzelnen Nerv meines Körpers. Nach 20 Minuten habe ich es geschafft. Alle Funktionen scheinen wieder normal. Ich komme aus der Dusche und in dem Moment kommt die völlig durchnässte und schallend lachende Judith zur Tür herein, die dasselbe Spiel vor sich hat. Ich zeige ihr die Dusche und sie verschwindet samt Klamotten darin. Andere hatten XXL-Regen-Capes und kamen hier lediglich mit feuchten Füßen an. Auch Anna, über die ich mich vorher noch lustig gemacht hatte, dass sie das Gewicht einer Regenhose dabei hat, belehrt mich eines Besseren, als sie ankommt. Völlig trocken. Allerdings, als sie im Bad ist, kommt sie aus Versehen gegen den Duschhahn und nach zwölf Kilometern durchströmenden Regen werden in einem Bad ihre Klamotten durchnässt. Ich muss mich vor Lachen in eine Ecke verziehen. Es ist allerdings ein verzweifeltes Lachen. Ich gehe heute nicht mehr aus der Alberge raus, um mir das Kapp anzusehen. Da sieht man ohnehin jetzt nicht viel mehr als grau. Ich verschiebe das auf morgen. An einer Wand des Hostels klebt ein Zettel. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns erschreckt. Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtendes, daran sich so klein zu machen, dass andere um dich herum sich sicherer fühlen. Wir sind alle dazu bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. Nelson Mandela Frühmorgens gehe ich los, um die Sonne wenigstens aufgehend zu sehen, wenn der Untergang schon nicht möglich war. Die Wolken sind verflogen und es scheint, als könne das was werden. Auf der rechten Seite geht die Vollmöhnendin Catalina unter, auf der linken Seite kommt der Sonnerich Lorenzo über die Berge. Ich blicke auf den offenen Atlantik. Hier geht es nicht weiter. Das war's. Mehr geht nicht. Finito. Pippe und Pico bekommen einen Orden von mir, genau wie mein Kopf, weil er nicht verrückt geworden ist. Wenn das Ende, also der Tod meiner Mutter, ähnlich schön und erlösend war wie das hier, dann war es ein guter Tod. Dann waren die Strapazen davor jeden Schritt wert. Dann war in diesem einen kurzen Moment des Ankommens alles gut. Ich werfe den noch verbliebenen Stein für meine Mutter ins Meer und damit weiter, als ich zu Fuß gehen kann. Mach's gut. Die Strapazen Die Strapazen